Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger, denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss. Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn's du alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wirst. Möge der Spaß beginnen! Hallo und willkommen bei Schocker mit Schlogger, eurem gesellschaftskritischen Podcast. Unser Thema heute Shunting, notwendiger Konsum- oder Antiquity-Ekel-Veranstaltung. Meine Gesprächspartnerin ist wie immer die Frau, die mir im virtuellen Raum gegenüber sitzt, Genossin Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo und herzlich willkommen zu Boo mit Stu. Ich freue mich hier zu sein. Boo mit Stu ist ein sehr schöner Titel, aber ich weiß nicht, Schocker mit Schlogger klingt irgendwie edler, muss man sagen. Ja, Boo mit Stu ist auch nicht von mir, das ist von irgendeinem von unserem, auf unserem Discord beim Tele-Stammtisch, hat den jemand rausgehauen, fand ich super. Ja, okay, gefällt mir. Dann wäre auch leicht, dass wir im Kontakt sind mit unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, wir hören auf euch vielleicht, wenn wir Lust drauf haben, ganz selten, eventuell auch mal. Ja, und das sei verraten, ich war auch überrascht, weil wir geben euch ja immer drei Filme zur Auswahl und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass zumindest ich immer grob einen Favoriten habe und mir sicher bin, der Film gewinnt, weil er, was ich am bekanntesten ist, am beliebtesten in der Horrorszene ist oder was weiß ich. Und ich war durchaus positiv überrascht, dass es heute, also bei dieser Ausgabe, der Film Society geworden ist, der sich tatsächlich gegen das Texas Chainsaw Prequel, Sequel Spin-off, was Whatever von Netflix durchgesetzt hat. Da war ich überrascht. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das liegt daran, dass alle meine 11.200 Follower auf Instagram diesen Podcast hören und dementsprechend auch die Folge davor gehört haben, Folge 7, zu hier Vampires von Carpenter und da habe ich gesagt, mein Favorit ist Society und da ich die tollsten Follower der Welt habe, ihr da draußen, ihr Hörer, habt ihr dafür abgestimmt. Das ist meine Theorie. Dann vielen Dank an die Werte Schlaggerschaft da draußen, denn es hat mich auch wirklich gefreut, dass wir diesen Film genommen haben. Ob es daran lag, dass er besonders gut ist oder ob es daran lag, weil ich möchte ein bisschen, wie soll ich sagen, Foreshadowing, aber der Film hat genau das erfüllt, was ich erwartet habe. So viel kann ich verraten. Und ihr werdet es. Wannst du vorher schon? Ja, eine Frage von mir. Wie hättest du deinen Podcast denn gerne? Mit Zucker? Mit Milch? Oder soll ich reinpinkeln? Kommt drauf an. Wenn du zuvor richtig viel Süßes gegessen hast, könntest du doch gerade direkt reinpinkeln. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich habe jetzt gehofft, dass sich Stu jetzt genauso überrascht hat, wie mich diese eine Zeile aus dem Film überrascht hat. So als auch ein kleines Foreshadowing von mir. Aber sei ehrlich, ist es das, was dich am härtesten überrascht hat in diesem Film? Diese eine Zeit? Oder gab es da vielleicht doch ein paar Sachen, die dich vielleicht doch noch ein bisschen mehr überrascht oder vielleicht irritiert haben? Wir werden in Gänze darüber sprechen, ob es ein paar Textzeilen waren, die mich überrascht haben. Ja. Oder visuelle Dinge, die mich überrascht haben. Ja. Aber dazu gleich später im März. Genau. Denn bevor wir unsere Hand ganz tief reinstecken in die Society … Oh, die ganzen Insider hier. Oh, Insider ist auch gut, ja. Ja, aber gleich seid ihr auch im Insider-Club. Hört einfach nur weiter zu. Genau. Aber die Leute wollen es einfach hören, glaube ich jetzt einfach mal, ein bisschen so vorgeplänkelt, ein bisschen Smalltalk. Und wie beginnt man am besten einen Smalltalk? Ganz einfach. Ich frage einfach, Schloggi, wie geht es dir denn so? Ach, lieberst du, mir geht es so gut. Ich war heute beim Friseur, mir wurde der Kopf massiert und besser kann ein Tag nicht sein. Und dir, wie geht es dir denn? Mir geht es okay. Ich war seit, ich muss sagen, 20 Jahren, ich war im Friseur. Deine Haare gehen bis zu den Knöcheln. Äh, nee, nein, nein. Ich, ich, das ist, äh, Gott, es ist mir, es ist, es ist mir ein bisschen peinlich. Ich glaube nicht. Aber ich, ähm, gehe immer, wenn ich meine Mutter besuche, dann schneide die mir die Haare. Das ist so einfach. Das ist sehr praktisch. Da sparst du sehr, sehr viel Geld. Denn ich habe heute, saß ich wieder da und dachte, wieso kostet das so viel Geld? Und gleichzeitig dachte ich, ja gut, ich bin auch selbstständiger. Ich weiß, dass Dinge Geld kosten. Aber es ist trotzdem günstiger, wenn jemand, den man kennt, einem die Haare schneidet. Man muss aber nichts gegen die Haarschneidekunst meiner Mutter, die jetzt keine gelernte Friseuse oder Hairstylistin ist. Sie macht das echt ganz gut. Aber man muss auch sagen, ich, äh, auf meinem Kopf ist es auch mehr so Kraut und Rüben. Ich bin da auch niemand. Also ich, ich bürste meine Haare morgens nach dem Aufstehen. Und manchmal, ich habe tatsächlich so eine Bürste so an meinem Schreibtisch. Wenn man langweilig ist, bürste ich auch mal so meine Haare. Jetzt ist es raus. Aber ansonsten würde ich nicht behaupten, dass ich irgendwie besonders, besonderen Aufwand habe, was meine Haare angeht. Ich wasche sie halt im Sommer mehr als im Winter und ich bürste sie morgens. Im Sommer auch dreimal. Im Winter geht. Und du, was sind so deine Hobbys? Ach, Haare bürsten. Okay, cool. Alles klar. Ja, ja. Ich habe ein sehr aufprägendes Leben. Das, das, das stimmt. Das merke ich schon. Ansonsten hast du irgendwas im Horrorbereich gesehen außerhalb unseres wunderschönen Podcast-Projekts? Seit dem letzten Mal habe ich einiges gesehen. Ich überlege gerade. Also ich habe auf jeden Fall den Klassiker Plan 9 from Outer Space nachgeholt. Bin auch nur ganz kurz eingeschlafen dabei, aber erzähl es niemandem. Ich habe ja gehört, es gibt da einen Podcast drüber. Ja, genau. Bei den Horror-Podcasts könnt ihr euch anhören. Die haben darüber gesprochen. Solltet ihr mal unterstützen. Das ist ein ganz kleiner Podcast. Die haben mittlerweile auch einen Discord-Channel von einem sehr netten Typen und Wolf ist auch dabei. Solltet ihr mal reinhören. Ja, genau. Den habe ich gehört. Den fand ich auch süß. Also wunderbar schlecht. Man sieht auch… Den Podcast oder den Film? Ja, den Film. Dass da alles schön handgemacht ist. Und wenn man noch mehr Hintergrund wissen will, kann man sich ja auch Ed Wood mit Johnny Depp angucken von Tim Burton. Dann haben wir zwei gesehen. Also ich habe Dawn of the Dead das erste Mal gesehen. Tatsächlich den Argento-Cut. Und du hast das erste Mal diesen Mischmasch-Cut gesehen, wo alles reingeschmissen wurde, was es gab. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen mit unserem lieben Kollegen. Dürfen wir da schon drüber reden, was und wie und wo? Also man kann das ja ganz klar sagen. Wir waren, wie du gesagt hast, schon bei MovieReback zu Gast. Wir hatten Kollegen Kühne. Jeder, der das Outro dieses Podcasts hier kennt, weiß, wer das ist. Und der hat dich eingeladen. Und dann bin ich mitgekommen, weil anscheinend kann Schlogger alleine keine Horrorfilme verarbeiten. Sei es drum. Und dann haben wir drüber geredet. Der Podcast ist, wo wir das hier aufnehmen, noch nicht draußen. Und ich weiß auch nicht, wann der veröffentlicht wird. Aber ich glaube, die Podcasts von MovieReback können wir mal abchecken. Da gibt es wirklich viel. Vor allem die MovieVirgin sind ganz toll. Da warst du ja auch schon mal zu Gast. Was hast du da beim ersten Mal gehabt? Genau. Von denen haben wir ja das Konzept MovieVirgin haben wir ja kopiert. Also da ist eben auch, dass Leute zum ersten Mal Kultklassiker sehen. Wir machen ja nur Horrorklassiker. Und ich habe damals mit Kühne, da hatte ich Rocky das erste Mal gesehen. Und er hatte mich... Ein großes Irrwärts des Horrorfilms. Rocky, wer kennt das nicht? Und Kühne wollte eben schon immer Dawn of the Dead besprechen, aber alle hatten ihn schon gesehen. Und da kam zum Glück ich um die Ecke. Ich, Kach Noob. Und da könnt ihr euch also als kleinen Schocker mit Schlogger Ableger auch drauf freuen, dass es bald eine Besprechung zu Dawn of the Dead gab. Deswegen sage ich da jetzt gar nicht mehr so dazu. Dann habe ich gesehen, es ist nicht wirklich Horror, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es so einen schönen schwarzen Humor hatte. Der heißt auf Englisch Dear Paris, Paris Paradies. Das ist von Marianne Satrapi. Die hat auch Voices gemacht. Das ist ja auch so ein kleiner Horrorfilm mit Ryan Reynolds. Und die hat auch eben... Wie heißt das? Eher Comic? Persepolis. Persepolis hat sie gezeichnet, genau. Also ist Comiczeichnerin. Und Paris Paradies ist so ein Episodenfilm, spielt in Paris und geht um kleine Geschichtchen, die lose miteinander verbunden sind, die um den Tod gehen. Und durch den schwarzen Humor ist es nicht wirklich Horror, aber hat so kleine Anleihen, die vielleicht auch Horrorleuten gefallen. Also eine Frau, die gar nicht wirklich tot ist. Dann gibt es einen, der jemanden entführt und aufschlitzen will, blutend sehen und sich dazu selbst befriedigen möchte. Klappt aber nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Und so was Kleines in die Richtung. Dann habe ich... Und ich glaube, das ist auch Horror, oder? Da kannst du mich gleich korrigieren. Ich habe Ghost, Nachricht von Sam gesehen. Da stirbt jemand. Und es kommt ein Geist vor. Und den habe ich auch das erste Mal gesehen. Aber ich habe den auch mal für meinen Podcast besprochen, vor längerer Zeit. Und ich war auch überrascht, dass es da durchaus Momente gab, die auch wirklich so ein bisschen so einen Gruselflair hatten. Zumindest aus meiner Erinnerung. Ja, genau. Diese Schatten, die sind total gruselig, die die Hölle quasi darstellen. Und dann gibt es ja mindestens eine Art, wie jemand stirbt, was ich ziemlich brutal für so einen Film fand. Also der wird ja dann... Ich meine, den Film haben alle gesehen. Sonst hier kleine Spoilerwarnung. Es gibt eine Minute nach vorne. Der Bösewicht im Film, der wird umgebracht, weil eine zerbrochene Fensterscheibe von ihm von oben durch den Körper in den Bauch fahren wird. Und das fand ich auch ein bisschen derbe. Das stimmt. Deswegen ist Horror. Ja. Also ich war auch überrascht, dass der Film mir echt auch so ganz gut gefallen hat. Also ich fand den jetzt nicht grandios, aber ich bin da, weiß ich noch, bei der Sichtung rangegangen mit so, ach jetzt kommt dieser romantische Scheiß. Und ich als maskuliner Supertyp kann natürlich nichts anfangen, aber ich fand den tatsächlich ganz nett, ganz süß. Ja, ich fand den auch sehr... Also mir hat der auch gut gefallen. Und als letztes, dann bin ich auch fertig, heute habe ich I See You geguckt. Das ist ein Film mit hellen Hand und über den sollte man gar nicht zu viel wissen, aber es geht um eine Familie und in dem Haus und in der Umgebung passieren irgendwelche Dinge, die sehr supernatürlich wirken. Und das Coole an dem Film ist die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ja, ich muss auch sagen, das Gute an dem Film ist, oder das Gute an dem Film ist gleichzeitig das, was irgendwie ein bisschen schade ist. Und zwar, er ist halt relativ unbekannt. Was aber auch dazu führt, dass das, was da passiert im Film, nicht überall schon tot diskutiert und tot geredet worden ist. Deswegen ist es, glaube ich, recht einfach, den mit relativ neutralem Blick zu begutachten. Und ich kann euch das auch nur empfehlen. Also liest euch nichts durch, gar nichts, guckt euch den an. Und ich sage mal so, ich finde, der ist jetzt nicht, der erfindet das Rad nicht neu. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man, also es gibt da so ein paar Überraschungen, mit denen man nicht rechnet. Ja, und ich mochte einfach die tonalen Unterschiede. Also, dass er dann tonal mit dem spielt, was sich dann, ja, es war einfach, man hatte tonale Unterschiede gesehen. Und das fand ich cool, dass man das so sehen konnte. Was hast du denn gesehenst du? Tatsächlich gar nicht so viel aus dem Horrorbereich. Ich habe aber wohl zwei Sachen bei Netflix gesehen, die jetzt nicht kategorisch zum Bereich Horror gehören, die mir aber einen Schrecken eingejagt haben. Das eine ist, ich habe mir diese Mini-Doku-Serie zu diesem Boyband-Betrug angesehen, wo es darum geht, dass der Erfinder oder Gründer oder Entdecker der Backstreet Boys und NSYNC ja ein ziemlicher Halunke war. Und ich war wirklich schockiert. Wusstest du, dass Backstreet Boys und NSYNC rein aus kommerziellen Gründen erschaffen worden sind? Das hat mich niedergeschlagen. Ich dachte eigentlich, die Backstreet Boys, da ging es um Kunst. Ich war wirklich, wirklich, ich habe das hier geguckt im Bett auf meinem Tablet und habe viel geweint. Ich bin schockiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt, was ich von der Welt noch halten soll. Wie kann ich noch irgendwas glauben? Ich kann ja auch zugeben, dass ich Backstreet Boys und NSYNC gar nicht auseinanderhalten kann. Also wenn ich ein Lied höre, weiß ich nie, von wem ist es. Da wurde ich auch schon für geächtet, für diese Unfähigkeit meinerseits. Was ich aber wirklich total überraschend, also wirklich unironisch, das war mir nie bewusst, die Backstreet Boys haben ihre Karriere in Deutschland begonnen. Als die ihre erste CDs oder Songs rausgebracht haben, die sind in den USA, die sind zwar in der Top 100 gewesen, aber Top 100 ist ja ein Witz, da kommt es ja nicht weit. Und es war Deutschland. Die haben ihre Karriere wirklich in Deutschland begonnen und es war wirklich so, dass die Macher der Backstreet Boys gesagt haben, okay, wir proben das in Deutschland. Das heißt, Deutschland war sowas wie die Generalprobe für die. Und wenn ich es richtig verstanden habe, der erste Song, der wirklich international durch die Decke gegangen ist, ist meiner Meinung nach auch der beste, ist Everybody. Den kennt man vielleicht noch, weil da gibt es ja auch dieses Halloween-Video, wo die alle als Monster vergleichen. Everybody, yeah. Okay, also wie die Beatles, die sind ja auch in Hamburg, hatten die ihr erstes großes. Nein, ich habe nicht so viel Ahnung, aber in Hamburg waren die auf jeden Fall, hatten die große Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube zwar, dass man da ein bisschen aufpassen muss, ich glaube, es ist nicht so vergleichbar, aber ja. Also der Beweis, wenn du willst, dass Teenager-Mädels Geld ausgeben wegen Musik, dann solltest du in Deutschland anfangen. Hiermit haben wir den Beweis. Gut. Wunderbar. Und der zweite Film, den ich gerne erwähnen möchte, auch kein Horrorfilm, ist eine Dokumentation, die heißt Skywalker. Und nein, es hat nichts mit Star Wars zu tun. Und egal, wem ich diesen Film empfehle, jedes Mal noch, Star Wars. Ja, guck, lustig. Und es geht um ein Pärchen, die ein Hobby haben, von dem ich sage, ihr seid bescheuert und lebensmüde. Die klettern nämlich auf Hochhäuser, ganz, ganz hoch, ohne Absicherung, machen dann irgendwelche Fotos, stellen das bei TikTok, Instagram, such dir was aus, rein. Und machen damit eben ihr Geld. Und ich muss auch sagen, ich fand es schwer, mit den beiden Sympathien aufzubauen, weil die halt so in ihrem Game drin sind, dass ich mir denke, ihr denkt auch nie an die anderen Leute. Also was ist zum Beispiel mit euren Freunden, euren Eltern, wenn ihr da hochklettert, wenn irgendwas passiert, mit den Leuten, die ihr vielleicht auch selbst mit eurer Aktion in Gefahr bringt, das reflektieren die wirklich nie. Aber von den Bildern her war das gleichsam beeindruckend, wie für mich hochgradig erschreckend. Hm. Also für dich wäre der absolute Horrorfilm, wenn die da oben sich dann auch noch Spritzen setzen würden. Oh ja, du kennst mich mittlerweile jetzt so gut. Das ist Trainspotting in 300 Meter Höhe. Ja genau, das wäre für mich der absolute Mega-Albtraum. Ja, ja, tatsächlich. Okay, also Skywalkers und hier die, wie heißt die Doku? Ich glaube Dirty Pop oder so ähnlich. Hm, okay. Beides auf Netflix. Und ansonsten hätte ich gerne noch erzählt. Ich habe kein Netflix mehr. Achso, dann bist du leider raus. Ansonsten hätte ich noch gerne erzählt, wie mir The Substance gefallen hat, der neue Film der Regisseurkund von Revenge. Aber dank der Deutschen Bahn habe ich es nicht in die Presseabführung geschafft. Vielen Dank Deutsche Bahn, ich hasse euch. Vielen Dank Deutsche Bahn. Ja, und ansonsten glaube ich, kann ich sonst auch nichts mehr erwähnen. Außer wir beide haben mit der Kollegin Melanie von YouTube, Melanie Cardi, einfach mal abchecken, Deadpool besprochen, den neuen. Ja, ich glaube, wenn dieser Podcast hier rauskommt, ist Deadpool 3 immer noch relativ aktuell und glaube ich noch ganz groß. Aber ja, das sei immer noch erwähnt, dass wir den gemacht haben. Ja, das können wir erwähnen, weil da habe ich auch an zwei Stellen weggeguckt. Okay, beim Podcast jetzt aber nicht mehr so beim Film. Beim Podcast habe ich die ganze Zeit weggeguckt. Ich konnte es einfach nicht aushalten, die ganzen Tonspuren die ganze Zeit hochspringen zu sehen. Und bei Deadpool und Wolverine habe ich zweimal weggucken müssen. Genau, ich sage auch im Podcast, warum. Wir haben es ja spoilerfrei besprochen und am Ende einen kleinen Spoiler-Teil dran gehängt, wo ich es dann sage. Ja, wunderbar. Ansonsten, können wir noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht. Also ich habe nichts mehr auf dem Zettel außerhalb von Shunting. Hast du dich warm gesprochen? Ich bin immer warm gesprochen, meine Liebe. Okay, das ist dein Geheimnis. Ich bin immer warm gesprochen. Ich könnte jetzt einen richtig bescheuerten Schwulenblitz machen, aber ich lasse es. Ja, lasse es. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um Society aus dem Jahre 1989. Ein Film, der auch längere Zeit in Deutschland indiziert war, mittlerweile aber ohne Probleme an Cut mit FSK 16 erhältlich ist. Das heißt, wenn ihr euch den angucken wollt, tut das gerne. Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, wir werden hier wirklich komplett alles Spoilern von A bis Z. Das ist so eine Art Recap-Cast. Diesen Film, ich habe mal geguckt, gibt es, glaube ich, aktuell leider nirgends auf irgendwelchen Streaming-Diensten, aber man kann ihn, wie gesagt, kräftig erwerben als DVD zumindest. Und wenn man die richtigen Kontakte hat und wenn man es versucht, kann man den gucken. Ich sage es mal so. Zwinker, Zwinker. Ja, Zwinky, Zwonky. Ansonsten gibt es auf YouTube sehr viele Compilations zu den bestimmten Szenen, über die wir dann wahrscheinlich gleich etwas ausführlicher reden werden. Mein Liebe, du hast von Society, nehme ich mal an, vorab nichts gehört oder irgendwie erfahren. Es war für dich komplett ein weißer Fleck auf der Horrorfilm-Landkarte, oder? Genau, es war ein weißer Fleck. Ich wusste gar nichts darüber, außer du hattest in Folge 7 eben gesagt, dass es um Inzest-Partys geht. Das wusste ich dann. Deswegen war ich ja auch so, ja geil, da habe ich Bock drauf. Und es war tatsächlich so, dass mich auf Instagram jemand angeschrieben hat, Mike Lee hieß er, glaube ich. Da gehen jetzt mal Grüße raus. Und wollte, hat uns ein, nee, Mike Less heißt er, Entschuldigung. Ich wollte sagen, Mike Lee ist ein sehr guter britischer Regisseur von einem sehr interessanten Arthouse-Dramen. Das finde ich anschraublich. Leider dann nicht, leider nicht. Mike Less heißt er und hat dann eben uns Komplimente gesagt, dass er den Podcast gerne hört, weil er selber Horrorfilm-Fan und finde es faszinierend eben mitzukriegen, wie jemand die Filme findet, der nicht damit aufgewachsen ist. Da habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Und ihr habt ja alle abgestimmt und der nächste Film wird dann Society sein. Dann hat er geschrieben, ah ja, wunderbar, viel Spaß dabei, bei dem Familien-Inzest Body-Horror. Und da war ich schon so, Body-Horror? Scheiße. Also nicht mal das wusste ich. Da dachte ich, oh Gott, ich hasse Body-Horror. Und das hat er mir einen Tag vor meiner Sichtung geschrieben. Und es war wirklich so, dass ich im Bett lag und dachte, ich will diesen Film nicht gucken. Oh Gott, was passiert jetzt da? Durch dieses eine kleine Wort. Und als ich dann mit meinem Mitgucker, dem das erzählt hat, die Anekdote, hat er mich nur angeguckt und dachte, hä, das weiß man doch, dass das Body-Horror ist. Ich wieder mal, Freunde, ich weiß nichts. Ich weiß überhaupt gar nichts. Selbst wenn man sich im Nachhinein das Poster des Filmes anguckt, sieht man ja schon, dass es irgendwas in die Body-Horror-Richtung hat. Aber ich wusste nicht mal das. Also da muss ich jetzt mal dich in Schutz nehmen, weil ich finde, dass Society schon sehr klar in der B-Liga der bekannten Horrorfilme spielt. Also wenn du natürlich im Horror-Genre aktiv bist, wenn du da drin bist, wenn du dich damit auskennst, dann kennst du, glaube ich, Society, da kennst du vor allem auch den Regisseur Brian Eusner und vor allem auch den Künstler, diesen Screaming Matt George, der für die Effekte da zuständig war. Aber wenn du jetzt so wie du da eher in diesem Genre eher jungfreudig bist, dann kannst du Society gar nicht kennen. Also da muss ich dich in Schutz nehmen. Du weißt, das tue ich normalerweise nicht gerne. Was ich aber auch jetzt noch anmerken möchte, ich habe auch ein Lob bekommen. Ich finde das wirklich ganz toll. Auf Discord schrieb mich einfach jemand an, ein K-Doc, meine ich, und hat uns gelobt. Und da haben wir vielen Dank, K-Doc, für deinen Lob. Und ich muss sagen, gelobt zu werden, so aus dem Nichts, das gefällt mir, das könnte öfters passieren, gefällt mir, wirklich. Ja, ich muss dich nämlich auch loben. Das hört gar nicht mehr auf. Jetzt im Gegensatz zu den, du hast ja in letzter Zeit ein bisschen Hate abbekommen für die Filme, die du aussuchst. Und bei Society, da habe ich mich gefreut. So viel sei jetzt schon mal gesagt. Ich habe Hate abbekommen, okay. Ja, du kriegst doch immer von mir hier, hier, such mal Filme aus, die bitte nicht so zahm sind, aber bitte auch nicht so böse und bitte mit Blut, aber bitte auch ohne Blut. Und hier bei Society fand ich, das war genau das, worauf ich Lust habe. Ja, manchmal hast du so die Einstellung, ich hätte gerne Käse von Dürr, aber ohne Käse. Weißt du, das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Nee, du verstehst nur einfach nicht, was ich will. Das ist das Problem. Das stimmt, ich verstehe dich wirklich nicht manchmal. Aber vielleicht macht das ja gerade den Reiz, dieses Podcast aus. Also nochmal, liebe Leute, vielen Dank fürs Feedback, ob jetzt positiv oder negativ, wobei so viele negative Sachen habe ich nicht mitbekommen, oder konstruktive Kritik, auch immer wieder gerne gesehen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt zufrieden seid mit dem, was wir jetzt hier tun, nämlich Society besprechen. Und ich möchte mal kurz mit einer, natürlich, wie ich es immer gerne mache, mal eine Anekdote beginnen. Du hast den Film mit 18 aus der Videothek ausgeliehen und dann mit Freunden angeguckt. Ja gut, das wäre es dann mit der Anekdote gewesen. Vielen Dank. Nein, Quatsch. Tatsächlich ist mir der Film zum ersten Mal untergekommen und ich kann dir nicht mehr sagen, wie alt ich war. Ich meine, ich war Teenager und es gab eine Dokumentation oder Reportage im deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht mehr, ob es WDR oder irgendein dritten Programm, glaube ich. Und dann ging es halt um Horrorfilme. Und da wurde halt der Regisseur-Interview mit Brian Duesner, der ja hier seine Regie-Debüt gegeben hat und der dann später so Sachen gedreht hat wie Re-Animator und Return of the Living Dead 3. Ja. Und der es nie geschafft hat, so in die A-Liga der Horrorfilme-Regisseure aufzusteigen, wie zum Beispiel jetzt John Carpenter, der aber wirklich viel gemacht hat und auch, glaube ich, als Produzent sehr viele Sachen gemacht hat, auch mit Stuart Gordon. Und ich merke schon, nee, warte mal, Stuart Gordon hat Re-Animator gedreht. Was habe ich für eine Scheiße erzählt? Siehst du mal, hier, und ich bin der Horrorfilme. Mir kannst du alles erzählen. Brian Duesner hat, was weiß ich, gemacht, Exorzist. Ich habe es gerade durcheinander gemacht. Also, liebe Horrorfans, ihr könnt jetzt wieder aufatmen. Stuart Gordon hat Re-Animator gedreht. Der Duesner hat den, glaube ich, nur produziert oder so ähnlich. So, anyway. Und in dieser Dokumentation gab es halt ein Interview. Und in dieser Dokumentation wurden auch Szenen aus Society gezeigt. Und zwar genau die Szenen, auf die wir dann wahrscheinlich gegen Ende des Podcasts zu sprechen kommen werden. Und ich weiß noch, dass ich da vom Fernseher saß und ich war wirklich richtig angeekelt. Also wirklich, ich fand das so widerlich. Aber auf einer anderen Seite auch sehr faszinierend. Und deshalb war für mich der Startschuss, dass ich gesagt habe, ich will diesen Film gucken. Problem dabei war, ich hatte nicht aufgepasst und wusste nicht, wie der Film heißt. Beziehungsweise, ich habe dann irgendwann rausgefunden, okay, der Film heißt Dark Society. Also in Deutschland hieß er lange Zeit eben Dark Society. Und habe den aber nicht gefunden. Und habe ihn dann irgendwann mehr zufällig auf einer, ja, wie soll ich das ausdrücken, ohne mich strafbar zu machen. Ich hatte, als ich mich hier... Der Straße gefunden. Genau. Nee, Quatsch, das kann man glaube ich sagen. Ich habe halt eine längere Zeit mal im Behindertenbereich gearbeitet. Und unsere Nachtwache, der war so ein Filmsammler. Und der hatte immer diese großen Mappen, wo du immer so diese Sicherheits-CDs hast, diese VCDs, weißt du, wo ein Film auf gefühlt 8 Diss drauf war. Und da war eben auch Society dann dabei. Und da habe ich mir den eben das erste Mal angesehen. Auch, ich glaube, in einer sehr bescheidenen Qualität. Und ich muss sagen, ich fand ihn genauso, wie ich ihn jetzt gefunden habe. Als ich ihn vor ein paar Tagen, glaube ich, zum dritten Mal gesehen habe. Du, die jetzt... So gut oder schlecht? Oder willst du das noch aufheben? Also ich glaube, ich kann es dir jetzt, okay, ich kann es gerne jetzt schon verraten, ich finde ihn eher mittel. Also der hat halt, der hat halt das, das Ende ist halt das, was heraussticht. Aber bis zum Ende hin ist es schon so, wo ich denke, oh ja, pfuch, ja, ja, aber das Ende, das ist halt... Sehr langes Vorspiel. Es ist ein sehr langes Vorspiel, ja, ja. Aber dafür kommt dann der Höhepunkt ordentlich. Ja, aber wenn das Vorspiel lang genug ist, dann ist es auch schön glitschig und feucht. Das wird der Anspielungspodcast hier. Übrigens, was ich auch schön fand, ich habe den Film in meinem Kopf dann Society genannt. Das ist ein sehr schöner Titel, das ist ein sehr, sehr schöner Titel, das gefällt mir, ja. Wenn der Film anfängt, es fängt natürlich Überraschung mit einem Vorspann an und diesem Vorspann siehst du ja schon so Vorahnungen, also schon so Sachen, die ganz seltsam wirken. War dir da schon irgendwie bewusst, was auf dich zukommt oder dachtest du noch so, alles ist gut? Also ich war ja, ich war gerade noch so am Essen, hatte noch so ein Dessert, dachte ich, ja, mach mal den Film an. Und dann ist es ja so ein Horrorfilm-Ding, dass eben du diese Vorspänne hast, wie auch immer die heißen, wie auch immer der Plural von Vorspann war. Und ich war so, scheiße, es geht ja schon los. Ich bin schon direkt angespannt. Ich habe schon direkt Schiss gehabt. Und man sieht ja unseren Protagonisten, Billy, der durch eine dunkle Wohnung schleicht. Es ist sein Haus finden, wenn er später heraus, in dem er wohnt. Man hört die ganze Zeit Stimmen, die mit ihm reden. Er ist total verschwitzt, hat Angst, holt sich ein Messer und dann macht es Klick, das Licht geht an und seine Mutter guckt ihn an. Und ich war da schon total angespannt. Was für eine Scheiße. Wieso geht es jetzt schon direkt so los? Aber meine kleine Frage, ist dir aufgefallen, dass dieser Billy das Messer in einer Stelle sehr unpraktisch hält? Nämlich in einem Mal hält er es wirklich an der Klinge fest. Ja, also er drückt doch einmal so den Daumen auf die Klinge, oder? Genau, genau. Aber das ist doch nicht da, das ist doch erst später, als die Szene wiederholt wird, dachte ich. Ah, okay, dann habe ich es falsch jetzt abgespeichert. Ja, so habe ich es, glaube ich, in Erinnerung. Aber ja, es ging direkt los, ich war sofort angespannt. Und hattest du, weil das ist ja das große Thema, dass sich Billy irgendwie nicht zugehörig fühlt zu dieser Familie, die ja sehr wohlhabend ist. Und das haben wir noch gar nicht gesagt, der Film spielt ja in Beverly Hills. Hattest du, oder hat der Film es für dich geschafft, dir am Anfang gleich schon das Gefühl zu geben, dass Billy eigentlich gar nicht dazu gehört? Wir kommen ja nach dieser Intro-Sequenz, sind wir direkt beim Therapeuten mit ihm und da wird uns das ja erklärt. Er sagt halt, er hat Angst, er hat so Paranoia, er fühlt sich wie ein Außenseiter und da dachte ich schon, oh, das finde ich aber cool, dass das thematisiert wird, eben Angststörungen oder auch diese, vielleicht auch als Teenager, dieses, ich fühle mich irgendwie nicht so wie die anderen. Das hat mir gut gefallen, das war auch cool visuell dargestellt mit dem Therapeuten, der eben sagt, ja, hier ist doch alles cool und Billy sagt, ja, ich habe auch vor ihm Angst und er hat Angst, dass wenn er an der Oberfläche nur so ein bisschen kratzt, dass dann was ganz Ekelhaftes hervorkommt und beißt dann in einen Apfel rein und dann sehen wir, Blick auf den Apfel, dass da eben ganz viele Würmer rauskommen und das war irgendwie, jetzt nicht die hochwertigste Analogie, aber irgendwie hat mir das dann schon direkt gefallen. Deine Frage war aber, was war deine Frage, ob ich das verstanden habe? Nein, ob du sehr, warum man sich so fühlt? Es geht ja, wie gesagt, darum, dass dieser Biddy da immer zu kämpfen hat, dass er nie so richtig in seine Familie integriert wird, dass er sich immer wie ein Außenseiter, wie ein Fremder fühlt. Im Laufe des Films kommt ja auch mal das Gespräch auf, dass er sagt, dass er glaubt, dass er es adoptiert. Und mein Problem bei dem Film ist halt einfach, ich finde, der Film ist nicht so gut erzählt, weil er mich sofort so reinspringen lässt in diese Handlung und sofort bemerkt, es ist so Billy, Billy, der sagt, ich gehöre nicht dazu, aber er gibt mir zu wenig Anhaltspunkte. Ich finde, dass diese Entwicklung einfach sehr, sehr plötzlich passiert. So ein bisschen, hier ist Billy, der kommt nicht dazu und ich frage mich halt, ja okay, aber der muss doch jetzt schon 18 Jahre oder so in dieser Familie leben, das muss doch irgendwann ihm mal richtig aufgefallen sein. Wann war der richtige Reveal? Wie war das 18 Jahre oder 16 Jahre, irgendwie du willst, da zu leben? Das ist das, was mich ein bisschen gestört hat. Ja, ja, das sehe ich. Das hat mich auch ein bisschen gestört, aber ich dachte eben, das hat so zu der Paranoia vor allem eines Teenagers gehört, dass es völlig unbegründet auch sein kann. Da waren eher andere Sachen, wo ich genau das gleiche Gefühl hatte wie du, dass dann plötzlich so Sätze reingeschmissen werden, die ich gar nicht verstanden habe. Ich habe erst gedacht, ich habe mich verhört, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, wieso sagt er das jetzt? Ich verstehe gar nicht, wo das herkommt, aber da werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Das heißt, ich stimme dir zu, hat es in dem Moment des Films aber noch nicht. Und war es bei dir auch so, weil ich weiß noch, also jetzt auch bei jeder Sichtung des Films, jedes Mal, wenn ich diesen Psychiater sehe, ist mir irgendwie sofort klar, nee, der gehört dazu. Also der ganze Film kriegt es nicht hin und die Frage ist natürlich auch, ob er es hinbekommen möchte, aber er kriegt es nicht hin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, habe, oh, ich bin überrascht, dass diese Person ein Böser ist oder so. Ich finde, dass der Film relativ, zumindest aus meiner Perspektive, sich nicht wirklich die Mühe macht, zu verheimlichen, dass das ein Böser ist und das ist ein Guter. Ja, das müsste man hier halt überlegen, ob das überhaupt relevant ist, weil da können wir auch noch drüber sprechen, ob der Film sich eigentlich ernst nimmt oder eine Satire ist. aber bei dem Psychiater war es so, das war so eine Rolle, der hätte auch nicht böse sein können und ich hätte nicht weiter drüber nachgedacht, aber wenn er dann böse ist, denkt man, ach ja, das war ja klar. Deswegen war es für mich nicht so ganz offensichtlich. Also als es dann rauskam, dachte ich auch, okay, logisch, natürlich, Psychiater, aber er hätte auch einfach ignoriert werden können für den Rest des Films. Der Psychiater heißt übrigens Dr. Cleveland. Das möchte ich auch sagen. Nicht, weil ich Letterboxd gerade auf habe, sondern einfach, weil ich es weiß. Oha, okay, das hast du dir gemerkt. Ja, ja. Ja, und nach dieser Psychiater-Session kommt ja direkt dieses Intro. Ja, und ich frage mich halt wirklich, ob das Intro vielleicht nicht das zu viel vorweg nimmt. Also es zeigt ja schon so Standsszenen von Sachen, die du später in Bewegung siehst. und ich glaube, es nimmt ein bisschen zu viel vorweg. Ich glaube, es ist, also ich will nicht sagen, es minimiert den Schrecken und den Ekel, das ist auf gar keinen Fall, aber ich glaube, wenn du einfach so einen schwarzen Hintergrund mit weißen Schrift hättest, einfach Society, dann dödelt da eben der Vorspann durch, dann wärst du, glaube ich, noch mehr so ein bisschen in dem Glauben, dass du vielleicht, gut, wir haben die Szene mit dem Apfel, aber ansonsten glauben, dass du noch einigermaßen normal, also in Anführungszeichen normalen Film siehst. Und es ist ja auch lange Zeit ein, ich nenne es mal, er versucht ja schon, also ich finde, das ist eine Satire, aber ich finde, dass er auch versucht, so eine Art Paranoia-Schüler zu sein. Und am Ende ist es ja einfach nur ein... Ja, da kommen wir noch. Ja, da fehlt mir aktuell das richtige Wort für. Das finde ich, da sehe ich es anders als du. Ich finde, es passt gut zu den Würmern vom Bild her. Wir haben ja im Intro, sehen wir, so rötlich angehaucht, einfach einen Haufen glitschiger Menschenleiber und irgendwas hängt ins Bild, was man nicht identifizieren kann. Es sieht aus wie ein Hoden und ich fand das eigentlich ganz cool, weil es verrät meiner Ansicht nach nichts, weil ich ja auch wirklich gar nicht wusste, was da kommt, sondern hält dich so ein bisschen bei Stange. Also es zeigt dir in dem Moment schon, okay, pass auf, selbst was jetzt hier, was in den nächsten paar Minuten... Also wir haben ja schon von dem langen Vorspiel geredet, aber selbst egal, wie lang dieses Vorspiel ist, da kommt noch was. Hier wird es schon angedeutet. Ja, das ist schon mal genau gut. Und ich finde, man sieht da nicht genug. Also das verrät noch nichts. Okay. Man sieht ja auch nichts vom Body-Horror, sondern man sieht einfach nur bitchige Leiber, die man auch nicht erkennt, wer das sein soll. Von daher fand ich das eigentlich ganz cool. Was ich auch ganz spannend finde, ist den Gedanken und das ist natürlich ein Gleichnis. Das ist jetzt ein, ja, hier ein low-hanging fruit, aber wenn er halt in den Apfel beißt, ich meine, wir müssen das Bild jetzt nicht nochmal aufmachen von Vertreibung durch ein Paradies, könnte man es auch so ein bisschen als Startschuss sehen für eben seine Vertreibung aus dem Paradies, denn der Film endet ja damit, dass Billy quasi flieht, also aus diesem Paradies, Beverly Hills halt eben entweicht halt eben, weil er gesehen hat, woraus dieses, dieses in Anführungszeichen Paradies besteht, weil Beverly Hills ja für viele immer noch so als Sinnbild steht für Luxus und Reichtum. Wer dort lebt, dem geht es gut. Das kann man auch noch. Da gibt es die Beverly Hills Cocks. Wie, was? Okay. Die Beverly Hills, nein, das war ein ganz schlechtes Wortspiel, ich entlasse mich jetzt selber und versuche schnell über was anderes zu sprechen. Ja, ähm, pass auf, ich möchte, was so viel wichtiger ist als dieses, äh, sehr einfache Gleichnis, ähm, dieser Film, das habe ich komplett vergessen, ist sehr sexuell. Sehr sexuell. Ähm, und die beste, in Anführungszeichen, sexuelle Szene ist die am Strand, ähm, äh, die glaube ich auch jetzt gleich kommt, wo Billy da mit seiner, mit seiner Freundin liegt und sich sonnt und dann, äh, schleichen so zwei Kids an denen, äh, entlang, eine davon ist übrigens der Sohn des Regisseurs und dann gibt es ein, ja, ein Come-Shot, zwar jetzt nicht mit einem, mit einem, äh, irrigierten Penis, sondern nur mit einer, äh, 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 Tube Sonnencreme, aber ich dachte mir schon, also, das kann man jetzt aber auch nicht, äh, anders interpretieren als, als sexuell, oder? Ja, wir haben vorher schon, also das kommt nicht gleich, die Szene, da kommen noch so ein paar, paar Szenen, die uns einfach zeigen, wie, ähm, Billy mit seiner Schwester so umgeht, die zeigen uns, äh, David Blanchett, den Charakter, der ist der Ex von, äh, Billys Schwester, der sich bei ihr im Kleiderschrank versteckt und schon andeutet, hier ist, der sagt, hier ist irgendwas komisch, hier stimmt irgendwas nicht, aber die Eltern und, äh, die ganze Familie schickt ihn dann halt raus und, ähm, es wird eingeführt, Billys Freund Milo, es wird uns gezeigt, die Eltern mögen auch Milo nicht und man merkt schon da, dass die Dynamik zwischen den Eltern und der Tochter, die ist schon ein bisschen komisch, also, die sind so seltsam, intim, gucken sich so ganz komisch lange an, ähm, und es wird erklärt, dass Billys Schwester ein Coming-out hat, was ich überhaupt nicht wusste, was das sein soll, weil es kann ja nicht sein, dass sie sich als homosexuell outet, also es muss ja irgendwas anderes sein und da wird auch schon so angedeutet, dass zwischen den beiden, ähm, vielleicht auch irgendwas ist und ich war so irritiert, weil ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass der Film darauf hinausläuft, dass die beiden was haben, weil ich ja Inzest wusste, hab also Inzest wirklich nur auf Geschwistersex runtergebrochen und hab darauf dann die ganze Zeit gewartet und man sieht schon, er hilft ihr dann so, das Kleid zuzuziehen und dann taucht schon der erste kleine Effekt auf, dass sie so einen kleinen Knubbel am Rücken hat, den er dann aber vermeintlich nur er gesehen hat. Was auch noch passiert vor der Strandsache ist, dass wir sehen, dass Billy im Debattierclub ist und dass wir eben seine Freundin kennenlernen, die ist Chile darin und feuert ihn so an und wir kriegen mit, dass Billy wie ein ganz normaler Teenager durch sexy Frauen abgelenkt ist und zwar die Frau heißt Clarissa, die wird noch eine Rolle spielen später, die setzt sich so vor ihm hin und öffnet so die Beine, sodass er abgelenkt ist beim Debattieren und nicht keinen klaren Gedanken fassen kann und was auch noch vorher passiert, Entschuldigung, ich sag das einfach alles, damit wir gleich zum Strand kommen, er wird nochmal beim Therapeuten sein und sagen, wir sind eine ganz normale Familie, also außer dem Inzest und der Psychosen und da war ich, da hatte ich diesen Moment, den du am Anfang hattest, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, hä, hat er gerade Inzest gesagt? Wieso? Warum? Weil das war überhaupt kein Thema und das hat mich total irritiert, wo das dann herkommt und ich glaube, das ergibt auch keinen Sinn, dass er in dem Moment des Films schon sagt, wir sind eine ganz normale Familie außer dem Inzest. Welcher Inzest? Hast du das verstanden? Nee, gar nicht. Wie gesagt, es passieren ja bis dahin auch echt weirde Sachen, also alleine, wenn halt der eine, wie du hast schon gesagt, der Ex-Freund der Schwester im Schrank dann ist und kommt dann raus und erzählt ihm dann irgendwie, was weird ist, wäre meine Reaktion nicht so, okay, hallo, was ist denn weird? Ich würde meine Reaktion, was machst du im verdammten Wandschlag meiner Schwester? Wäre dann, weißt du, oder die Eltern, die dann auch kommen und ich finde es ja ganz cool, wenn du solche Szenen hast, die dich da so ein bisschen auch irritieren, weil die Leute nicht so sich benehmen, wie in Anführungszeichen normale Leute sich benehmen würden in solchen Situationen, aber das kommt mir alles zu schnell und das muss ich vielleicht auch noch sagen, ich meine, wir haben es jetzt hier mit einem Film zu tun, wo, glaube ich, viel des Budgets in die Effekte gewandert sind und ich möchte den Herrschaften vor der Kamera nichts Böses, aber so richtig gute Schauspieler, Schauspielerinnen haben sie jetzt vielleicht jetzt hier auch nicht für verpflichtet. Also ich finde, dass der Billy Warlock Warlock heißt der Mann, Entschuldigung, der auch den Billy spielt, wie passend, der macht einen okayen Job, aber dass es darstellerisch ist an dem Film nichts dran, was mich wirklich begeistern konnte. Also nichts davon schreckt mich ab, weil dafür weiß ich, glaube ich, einfach zu sehr, was für eine Art Film das ist und in welcher Preisklasse, Preisliga der spielt, aber ich würde wirklich lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich den Darstellerisch in irgendeiner Art gelungen fände. Wie war es da bei dir? Ja, das sehe ich auch so, vor allem die Eltern, die fand ich ganz irritierend, die haben ganz komisch gespielt. Der Billy, ja, sich wie du, ich mochte aber, dass der, ich fand, der sah cool aus. Also der sah aus wie, ich habe den direkt vor mir gesehen, wie der gezeichnet wäre. Also der sah aus wie eine Karikatur eines coolen Dudes in Ende 80er, Anfang 90er. Und wen ich auch gut gecastet fand, nicht weil sie gut spielt, sondern weil sie so unschuldig wirkte, war seine Schwester. Die, der habe ich, also die Eltern, da merkst du sofort, die haben irgendwas, die sind gestört, irgendwas ist mit denen. Aber die Schwester, die wirkte die ganze Zeit so lieb und unschuldig. Und da habe ich noch gedacht, okay, ist die vielleicht, ist mit der alles okay? Einfach nur, weil die so süß aussah. Deswegen fand ich die auch gut gecastet. Aber das ist ja gerade die Sache, dass die Schwester sich fühlt, ist halt super. Weil dann, weißt du, aber die Eltern sind halt von der ersten Minute an, wo sie sich dieß, ist sofort irgendwas shady. Und aber auch auf so eine offensive Art und Weise, dass es auch nichts reizbares für mich hat, dass ich denke, okay, was könnte da sein? Weil irgendwie ist es zu plump. Das ist mir einfach zu plump. Aber das spielt doch rein in, dass du meinst doch, dass du am Anfang meinst, es ist zu wenig, um zu verstehen, dass er sich wie ein Außenseiter fühlt. Aber dann hilft doch das, dass wiederum, dass die Eltern sich so offensichtlich shady, wie du sagst, verhalten. Ja, aber dann ist halt die Frage, aber dann ist halt die Frage, warum ist Billy so, wie er ist? Ich meine, wenn die die ganze Zeit so plump sind, dann müsste doch eigentlich schon mit 14 Jahren irgendwas gemerkt haben oder abhauen, so was weiß ich. Also, wie gesagt, das ist kein eleganter Film. Das ist mir auch schon klar. Und das ist ein Film, der mit dem obligatorischen Holzhammer agiert. Und zwar in allen Bereichen. Denn, Achtung, ich prognostiziere, es könnte sein, dass wir gleich noch ein bisschen Gesellschaftskritik bekommen. Hm. Aber das ist mir irgendwie, das hat es mir nichts zu zugesagt. Also, bei der Schwester, da gebe ich dir recht, da merkt man, dass es auch eine geschwisterliche Beziehung ist. Den kaufe ich dann auch ab, wenn die was zusammentun, wie zum Beispiel die Szene, wo er halt diese, ich nenne es mal, diese Blase an ihrem Rücken entdeckt. Dass da irgendwas ist, dass er sich auch als Schwester anerkennt. Aber ich habe bei dem kompletten Zusammenspiel zwischen ihm und seinen Eltern nie das Gefühl, dass Billy auch wirklich mit seinen Eltern agiert. Und das, ich meine, das sind nicht seine Eltern, aber ich kriege es gerade nicht besser auf die Kette. Sorry. Nee, nee, ich verstehe das schon. Ja, die sind zu plump. Man hätte irgendwie in einem besseren oder eleganteren Film, hätten wir, wären die Eltern ganz normal. Und wir hätten aber Szenen gesehen, die eben in so einen Paranoia-Film reinspielen. Aus seiner Sicht, wenn die Eltern zum Beispiel, keine Ahnung, Karotten schneiden oder liegen da Finger, aber sie verhalten sich sonst normal. Ich weiß nicht, das war auch kein schönes Bild. Aber dass es nicht so eindeutig ist, sondern nur, dass wir eben nicht wissen, stimmt das, was er da sagt oder vermutet oder wovor er sich sorgt. Sondern wir sehen ja eindeutig, mit den Eltern ist irgendwas, da spinnt irgendwas. Und was hier aber ganz gut ist, wir sehen ja auch dieser Knubbel am Rücken oder er wird ja auch seine Schwester beim Duschen sehen und die ist einfach falsch rum. Also ihr Kopf sitzt falsch rum drauf. Das sind ja Sachen, wo wir nicht wissen, bildet er sich ein? Hat er irgendeine Krankheit? Oder was ist da die Erklärung gerade dazu? Das ist schon ganz gut dann gemacht wiederum. Ja, also schon dieses, ich sagte ja schon eben, dass der Film durchaus, zumindest aus meiner Perspektive, versucht hin und wieder so als Paranoia-Fröder durchzugehen. Und er hat auch wirklich so relativ klassische Momente, wo der Protagonist was sieht, was absurd erscheint und dann kommt die Auflösung, dass anscheinend, war es eine Vorstellung. Er ist schlafgewandelt, es war ein schlechter Traum, Drogentrip, such dir irgendwas aus. Mhm. Aber jetzt kommen wir zum Strand. Sorry, ich habe jetzt eine ewig lange Schleife gemacht, was alles vorm Strand passiert. Genau, am Strand ist er mit seiner Chili der Freundin und kriegt vom Sohn des Regisseurs, kriegt sie einfach mitten ins Gesicht und in den Ausschnitt eine Tube Sonnencreme gespritzt. Und er, was macht er? Er rennt den hinterher und trifft dann gleich Clarissa, die andere heiße Schnitte im Film. Und sie wird, guckt ihr, man sieht so ein, die ist von unten so an ihren Brüsten lang hoch und sie spritzt ihm dann auch nochmal ins Gesicht, so ausgleichende Gerechtigkeit mäßig. Aber ja, das war eindeutig sexuell. Ja und siehst du es auch so wie ich, dass der Film auch immer noch wieder so sexuelle Anspielungen hat? Also du meinst subtile sexuelle Anspielungen? Weil er hat ja... Subtil ist halt im Film gar nichts. Also das Wort subtil können wir bitte mal sofort aus dem Vokabular dieses Podcast streicheln, bitte. Ja, also wenn du das meinst, wir kommen dann danach ja, dieser David Blanchett, der im Kleiderschrank war, der trifft ja am Strand dann auf Billy und sagt eben hier, ich höre mal diese Aufnahme an, ich habe die unterm Auto deiner Eltern habe ich so ein Aufnahmegerät versteckt und höre dir mal die Aufnahme an. Und dann spielt er ihm diese Aufnahme vor und ich habe gar nicht geglaubt, was ich da höre. Aber war das so... Warte mal, warte mal. War das nicht so, dass er das in einem Ohrring versteckt hatte, das Mikrofon? Ich dachte unterm... Das würde mehr erklären auf jeden Fall. Es gibt dann später die Szene, wo die Eltern auch mit diesem komischen, was ist das, Sheriff oder so sitzen und dann diesen Ohrring haben und dann entdecken, da ist ein Mikrofon und dann dir sowas sagen, das ist kein Problem. Also ich hätte das verstanden, dass das Mikrofon im Ohrring ist. Das ergibt mehr Sinn. Ich habe das mit dem Ohrring gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, jetzt verstehe ich auch den Zoom auf den Ohrring. Das könnte wirklich so gewesen sein. Ja, ich helfe gerne. Ja, genau. Also ergibt mehr Sinn, weil ich habe mich schon gewundert, hä, wenn es unterm Auto ist, wieso kriegen wir dann diese ganzen Gespräche mit? Und das ist eine Aufnahme von ihrer Coming-out-Party und dann sagen die sowas wie sinngemäß, okay, jetzt ist deine Coming-out, jetzt bist du dran, jetzt wirst du einmal gefickt, erst von jemandem in deinem Alter, dann darf der Nächste ran und keine Ahnung, weißt du, was die da noch sagen? Also es war wirklich so, dass ich gesagt habe, hä, was haben die gerade gesagt? Weil es kam so aus dem Nichts, so richtig derbe, Sexsprache. Ja, schon, dass sie halt sagen und dann hier Coming-out, dann wirst du halt gefickt oder gebumst oder such dir irgendwas aus und dann hört man auch andere seltsame Geräusche, meine ich, ne? Ja, was hört man denn da noch so? Ich glaube, dass man dann schon mal so Vorgeschmack vom Shunting bekommt. Vom Shunting. Ja, okay. Alles klar. Auf jeden Fall hört Billy das und er hat genauso geguckt, wie ich geguckt habe, nämlich hä, was höre ich da? Das kann doch nicht sein. Also stell dir vor, du kommst aus einer ganz formalen Familie und weißt, du hast bald deine Kommunion, Konfirmation, keine Ahnung, dein Abitur und dann spielt dir jemand eine Aufnahme von deinem großen Geschwister vor, was denn bei der Abitursfeier passiert. Nämlich, du wirst einmal durchgenudelt, erst von jemandem in deinem Alter, dann dürfen alle mal ran und dann kommen noch irgendwelche schmatzkomischen Geräusche dazu. Und genau so habe ich auch reagiert, wie er dann reagiert hat. Und das ist der Grund, warum er nach der 10. Klasse aufgehört hat, um in die Schule zu gehen. Und das war deine Frage, ob dieser Film noch mehr sexuelle Anspielungen hat. Ja, da direkt dann schon war ich so, hä? Das kann doch nicht sein, dass ich gerade wirklich das gehört habe. Er bringt ja die Aufnahme dann zu Dr. Cleveland. Also er möchte mit ihm reden und der Doktor, wie heißt das Begriff? Gas leitet ihn ja dann so ein bisschen und schafft es dann, dass ihm Billy ja dann die Aufnahme überlässt. Wo ich mir dann auch dachte, warum? Ja, das nehme ich jetzt einfach an. Passt schon. Er lässt die dem und dann holt er ihn später zurück und tada, die Aufnahme sagt natürlich ganz, die Aufnahme wird dann nicht mehr so sexuelle Anspielungen haben, sondern wird die gleichen Sätze aber im normalen Kontext dann sagen. Ja, und ich glaube halt, wenn dieser Dr. Cleveland zuvor ein bisschen besser eingeführt worden wäre, wenn der Film einfach ein bisschen eleganter, präziser und Verzessen reicher erzählt wäre, dann wäre das auch so ein bisschen ein Spannungsmoment, wenn ich einfach so, okay, er gibt den, er gibt den, die Aufnahme ab und dann kommt raus, die Aufnahme ist ein ganz normales Gespräch, dann hätte ich halt auch sowas wie ein, okay, vielleicht ist Dr. Cleveland ja dann Böser, aber so ist halt direkt klar, der ist böse. Ja, ja, nee, ich wusste ja noch nicht, ob das, dieser Paranoia von ihm rein zählt, ob das nicht stimmt, wobei mich natürlich dann irritiert hätte, weil der David Blanchett, der die Tonaufnahme gemacht hat, hat das ja auch gehört, also den hätte er immer als Beweis gehabt. Ja. Ähm, ansonsten, wie geht's weiter? Er, äh, bekommt die Tonaufnahme dann wieder zu hören und da ist halt eben das ganze Bösezeug gelöscht, also quasi die FSK-12-Variante eines FSK-18-Films, ähm, und was passiert dann? Ja, es geht um was ganz anderes, ja. Ja, was passiert dann? Dann, ähm, werden nach und nach alle aus seinem Umkreis umgebracht, die irgendwie was aufdecken wollten. Es, es ist glaube ich nur einer. Oder? Dieser, dieser, ich hab den Namen vergessen, aber das ist diese, eine Figur, die siehst du und du weißt, ah ja, so hat man sich Anfang der 90er, Ende der 80er Nerds vorgestellt. Richtig schön mit Brille, so leicht rote Haare, so den, den Pullover so über die Schultern gelegt, mit dem Akkentaschen in der Schule, das, es war richtig schön, sowas nochmal zu sehen. Der gute alte Standard-Nerd. Ja, aber vorher wird ja David Blanchett auch noch umgebracht, also der hat auch den Autounfall und da kriegt er ja überhaupt auch erst die Aufnahme, ne, kriegt er nicht, er kriegt die Aufnahme von David Blanchett, aber er will ja sich mit dem nochmal treffen und dann ist aber, findet er raus, dass das Auto so einen Unfall hatte, geht hin, darf auch völlig unbehelligt zu dem Auto laufen und über die Crime-Scene und alles anfassen, andatschen, bevor ihn einen Polizist wegschickt und das ist der Erste und dann, wie du schon sagst, dieser Nerd, der im Deportierclub sein Kontrahent war, der sagt zu ihm, ja, ich muss dich, ich sag dir alles, ich werde mich dir öffnen, komm um 22 Uhr oder was weiß ich an diesen, diesen Ort und dann kommt er da hin, also unser Billy und findet dann das Auto von ihm und in dem Auto liegt der Nerd mit aufgeschnittenem Hals und er holt dann die Polizei. Ja. Ach, und dazwischen wird er noch Clarissa näher kommen, das haben wir auch vergessen. Genau. Und, ähm, Überraschung, ähm, als er dann die Polizei geholt hat und zum Auto führt, ist der Nerd weg und, äh, da kommt das Obligatorische, ja, du bist verrückt, du hast dich schon eingedrungen, hast du Drogen genommen, pipapo, ähm, und dann am nächsten Tag in der Schule, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Essentielles vergessen über Übersprung. Doch, dass er Clarissa kennenlernt, die, ähm, er lernt Clarissa besser kennen, das ist die, die auch die Beine vor ihm geöffnet hat und die ihn am Strand angespritzt hat und er wird, seine Freundin hat vorher passenderweise noch mit ihm Schluss gemacht oder hat gesagt, wir sollten auch andere Leute sehen, er wird dann mit Clarissa auch, ähm, Geschlechtsverkehr, es kam zum GV, haben. Und das ist auch, nachdem sie dann Sex haben und während des Sexes, äh, er, er liegt oben oder sie liegt oben, kommt plötzlich noch eine dritte Hand, sieht man dann da oder ihr Körper ist auch irgendwie verdreht, also da sehen wir wieder irgendwelche Sachen, wo wir nicht wissen, ob das stimmt und, ähm, da kommt auch dieser Dialog danach, dass sie ihn dann fragt, wie magst du gerne deinen, deinen Tee mit Milch, Zucker oder soll ich reinpinkeln? Da war ich auch so, hä, hab ich das gerade wirklich gehört? Und das fand ich eigentlich ganz witzig dann, dass ich dann dachte, der Film lässt mich schon so ein bisschen paranoid werden, weil diese Sätze so aus dem Nichts kamen, dass ich nicht wusste, ob die wirklich da waren oder ob ich mich verhört habe. Der Regisseur hat übrigens in einem Interview Jugo gesagt, dass diese Szenen, also gerade die Duschszene mit der Schwester und halt eben die jetzt mit Clarissa hauptsächlich nur deswegen drin waren, weil er gesagt hat, wir brauchen halt noch so ein, zwei Schockszenen, weil ihm halt bewusst war, es dauert halt sehr lange, bis die, bis das Highlight des Films halt kommt. Es ist ja kein Film, der irgendwie, wie so ein Slasher, alle fünf bis zehn Minuten gibt's einen Kill, sondern du musst ja wirklich in Anführungszeichen durchhalten, bis dann das, ja, die große Attraktion enthüllt wird. Ja, schon so 75 Minuten oder so, also richtig. Stimmt, also ich hab das auch vergessen, wie lange das dauert. Das dauert wirklich 70, 50 Minuten, bis es richtig anfängt. Ja, aber dazwischen haben wir immer diese kleinen Spitzen, also wir haben die, wir haben diese Leiche, die wir sehen, wir haben diese kleinen Body Horror, Verformungselemente, aber der Rest, der zieht sich schon eine ganze Weile hin, jetzt können wir aber glaube ich mal kommen nochmal zurück zur Schule, denn da hat Billy seinen großen Auftritt in der Schulaula, da ist glaube ich gerade so ein Debattierwettstreit und da sagt er halt eben, Leute, ihr werdet es nicht glauben, der Nerd ist tot. Also er sagt natürlich den Namen der Figur, die habe ich aber nicht gemerkt, aber es ist halt die Nerdfigur und Überraschung, wer steht dann plötzlich auf der Bühne neben ihm und fragt, habe ich was verpasst? Der Nerd, der Nerd ist wieder lebendig. Seltsam, oder? Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben. Genau. Und eine Frage, die mich jetzt interessiert, wo warst du da, also wie sehr war der Film für dich da eine Art Mystery? Oder wolltest du wissen, was passiert oder wie es ausgeht oder war es mehr so, dass es dir letztlich ja doch egal war? Das war schon spannend, dass der Nerd dann da war und dadurch, dass ich wusste, dass es was mit Inzest zu tun hatte, war ich ja die ganze Zeit so, wann kommt denn jetzt dieser Inzest? Was hat es damit auf sich? Ich stelle mir gerade vor, wie du den Film guckst, so, boah, jetzt bin du 33, so kein Inzest. Ja, wann kommt der Inzest? Ich tippe so auf meine Uhr. Also bei Game of Thrones war es ab Folge 2 schon zu sehen. Okay. Und wir haben vorher noch die, es gibt auch noch eine Highschool-Party, wir sehen, es wird so ein Typ und eine Gruppe eingeführt, zu der auch der Nerd dazugehört, der eben eine Highschool-Party feiert und da merken wir auch schon, der fühlt sich wie was Besseres, aber das kennt man ja aus so Highschool-Filmen, da gibt es halt die Typen, die sind halt Snobs und Billy gehört nicht dazu und dann wird er auch Clarissa, auch ich glaube, da lernt er sie erst ein bisschen näher kennen, aber wir merken schon, dass diese Figuren gibt es auch noch, die sich eben wie zu einer anderen Klasse zugehörig fühlen. Ja. Hattest du eigentlich das Gefühl, dass diese Clarissa wirklich an Billy interessiert ist? Nein. Wenn die böse geworden wäre, hätte ich auch gesagt, ja okay, es war ja klar. Deswegen hatte ich dann keine eindeutigen Tendenzen. Ja. So, wir haben den Nerd, der wieder auferstanden ist quasi. Wir haben diese Tonbandaufnahme, die sich verändert hat. Kommt jetzt die Szene langsam, wo er betäubt wird? Wo er betäubt wird? Er geht doch einmal in den Wald und da ist doch so ein maskierter Mann oder so und der haut ihn nieder und dann wird ihm noch was gespritzt, meine ich. Er kann sich, glaube ich, diesem Typen entreißen, glaube ich. Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Bei mir ist es, glaube ich, vier Tage her, dass ich nochmal geguckt habe und ich kann dir, glaube ich, alles ab 1.75 sagen. Aber der Weg zu 1.75, der ist halt echt schwer. Ich habe hier auch gerade ein bisschen das Zitat, weil ich das wissen wollte, wie die es formulieren auf dieser Atombandaufnahme. Also es ist so in die Richtung Also so ist die Sprache dann da in die Richtung. Wollte ich nur mal kurz. Und dann ist die, als dann die Tonbandaufnahme kommt, die dann halt PG-13 ist, wie du es genannt hast. You know the schedule. Zuerst essen wir, dann gibt es keine Ahnung, gibt es Afternoon Tea, anstatt dann ficken wir deine Schwester. Das hat mich jetzt ein bisschen beschäftigt, dass ich das noch aussuchen musste, wie da das Zitat war. Ja, er wird betäubt. Das kommt erst, wir haben ja so Andeutungen, dass seine Eltern auch sowas sagen, you're gonna make a wonderful contribution to society. Das sagen sie öfters. Genau, das sagen sie öfters. Sie sagen irgendwann, du wirst wirklich, wie würdest du es übersetzen? Du wirst ganz toll in die Gesellschaft reinpassen, sozusagen. Einen ganz tollen Teil dazu beitragen. Ja. Es wird übrigens dann enthüllt, wie gesagt, dass Blanchard halt wirklich tot sein soll und dann ist er doch auf der Beerdigung. Und da ist ja auch sein Freund Milo, das haben wir auch gar nicht erwähnt, er hat einen guten Freund, der heißt Milo. Doch haben wir am Anfang, den mögen die Eltern schon nicht. Genau, genau. Dann hatten wir es doch, siehens mal, ich bin heute echt nicht auf Zack. Und, ähm. Wir sind bei der Beerdigung, genau, da ist auch Milo dabei. Genau, und ich meine, Milo sagt dann sowas wie, ja. Ich meine, nach der Beerdigung kommt auch erst das mit dem Nerd. Mit dem, mit dem. Ja, es ist alles durcheinander. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Ihr merkt schon, alles, was, das ganze Vorspiel, das interessiert uns nicht. Wir wollen keinen Vorspiel, wir wollen den fertigen Akt haben. Deswegen versuchen wir uns hier kurz noch durch das Vorspiel zu kämpfen, mit der Beerdigung. Ja, ich bin noch gerade dabei, den Film so nebenbei so laufen zu lassen und gehe nochmal so und, äh, wie bitte? Ja, ja, sorry, aber wir können die Leute ja nicht hier, äh, hier, hier drei Stunden lang irgendwie vorstammeln, dass wir nicht wissen, was passiert bis Minute 75. Das ist ja auch doof. Ja, also ich weiß, dass sie auf der Beerdigung sind und dann sagt Milo, guck mal, die Leiche sieht aber irgendwie komisch aus und dann, ähm, also der Blanchett hat so auch so ein markantes, ähm, ein Leberfleck im Gesicht, ein Beauty-Mark und dann fasst der, ich weiß nicht, ob es Milo, aber ich glaube, es ist Billy fast dann drauf und es wird dann auch so einbrechen. Also da sieht man, hat man wieder einen kleinen Effekt, dass irgendwas mit der Leiche auf jeden Fall nicht stimmt. Ja. Ähm, und es ist so, nach dieser Konfrontation in der Schule, dass halt dieser Petri, heißt der, der Nerd, halt wieder doch lebendig ist, kommt Billy nach Hause und da ist Dr. Cleveland und dann gibt es halt so eine Art Konfrontation, dass Billy halt so was sagt, so ich, irgendwas ist hier halt faul und dann wird er wirklich, äh, überwältigt und, äh, bekommt, äh, das ist so die erste Szene, bei der ich so, äh, sage, nämlich er kommt eine Spritze in den Arm. Ja, also er bekommt ganz normale Spritze in den Arm und Leute, die Spritze nicht mögen, würden sagen, äh. Ja, und wird dann halt eben ins Hospital verbrachtet, also ins Krankenhaus. Äh, Milo verfolgt ihn, also ist ihm auf der Spur, also der hat irgendwie gemerkt, dass irgendwas, äh, falsch ist. Ähm, ja, und im, äh, Krankenhaus erwacht Billy dann und, ähm, meint, er hätte Lernstadt gehört. Ach so, nebendran, stimmt, der ist zum Vorhang abgetrennt, er reißt sich die ganzen Zugänge raus, steht auf, reißt den Vorhang zur Seite, aber hintendran ist nichts. Dann geht er nach draußen in sein Auto, Milo kommt auch zu ihm, wie so voll der gute Freund. Mit Clarissa? Genau. Nee, ohne Clarissa. Nee, doch, die ist dabei. Die ist aber dabei? Ja, die ist dabei. Okay, und die wollen ihn halt beide beschützen und sagen so, ey, pass doch mal auf, die haben dich gerade für tot erklären lassen. Also das war der Plan von denen, die haben dafür gesorgt, dass Billy offiziell tot ist und sagen ihm auch, Billy, geh jetzt bloß nicht nach Hause, die können jetzt mit dir machen, was du willst, weil du bist offiziell tot. Und Billy ist aber, das fand ich gar nicht nachvollziehbar, der ist irgendwie high, vielleicht von den Drogen, vielleicht ist das die logische Erklärung und sagt sich, ja nee, ich geh jetzt erst recht nach Hause, ich bin ja jetzt quasi bulletproof, also ich bin jetzt hier schusssicher, mir können die gar nichts mehr anhaben. Hast du das nachvollziehen können, wie er sich da verhält? Ich habe es so verstanden, dass es was mit den Drogen zu tun hat, die er in TUS hat. So habe ich es verstanden. Ich finde, das ist nicht gut gespielt und es ist noch schlechter geschrieben, ganz klar, denn es ist, also, und du weißt, ich bin kein Freund der Logik, aber ich muss auch sagen, das hätte man anders erklären können, denn wenn sie ihn schon für tot erklären, warum fördern sie ihn nicht dann einfach genau dorthin, wo sie ihn brauchen, nämlich halt in die Villa? Warum lasst du den im Krankenhaus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, warum gibt es diesen ganzen Akt mit dem Krankenhaus? Das ergibt, sie schicken, sie schützen in eine Spritze, genau wie du sagst, und anstatt ihn dann direkt da zu behalten, betäubt, lassen sie ihn abholen vom Krankenwagen, ins Krankenhaus bringen, dann ist da noch die Szene, dann trifft er da noch seine Freunde und dann fährt er direkt zurück zu Villa, wo er doch gerade war. Habe ich auch nicht verstanden. Ja, und die große Überraschung. Brauchen die mehr Länge im Film? Ich weiß es nicht, der Film ist jetzt auch nicht so lang, der geht glaube ich 90 Minuten, das ist ein relativ, also, ich würde nicht sagen, dass der Film langatmig ist, der ist schon relativ, auch wenn es lange dauert, bis es dann endlich mal zu der Attraktion kommt, den kann man schon gut weggucken, finde ich. Ja, also, er hält dich schon bei der Stange, sagen wir es mal so. Stange, schon wieder eine sexuelle Referenz. Ja, genau, und Billy fährt jetzt nach Hause entgegen aller Warnungen von Milo, seinem Freund, der außen, der auch nicht ganz weiß, was da abgeht, und Clarissa seiner Sexgenossin, die scheinbar ein bisschen mehr weiß, was abgeht. Trotzdem wird er in die Villa gehen. Ja, und ich weiß noch, das war, das hat mich bei der Erstsichtung auch damals so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, oh, was kommt jetzt? Was, oh, was ist das? Was passiert jetzt? Steht da Satan leibhaftig? Ist das alles eine riesengroße Hölle? Und nee, es ist einfach eine Party. Es ist eine Party von sehr reichen Damen und Herren. Wie gesagt, wir sind in Beverly Hills und er wird halt von denen überwältigt. Dann sehen wir halt so, das so. Warte, warte, erst haben wir das, sehen wir den Anfang quasi nochmal. Also seine Angst wird bestätigt. Er schleicht sich ins dunkle Haus rein. Es ist wie am Anfang. Er holt das Messer raus. Er hört die Stimmen. Es ist dunkel und plötzlich geht das Licht an und wir sehen, okay, das ist eine Party, da sind fünf Millionen, nein, es sind 150 Menschen oder so. Ja. Genau. Und er wird dann halt überwältigt und da fängt der Film halt schon so an, dass ich das Gefühl habe so, ich glaube, es wird jetzt gleich echt was passieren, was echt übel sein wird. Das trägt er richtig gut hin, weil ab da an, finde ich, kippt der Film und gibt mir so das Gefühl so, auf der einen Seite, ich will halt echt wissen, was jetzt passiert, aber auf der anderen Seite, ich glaube, was ich gleich sehen werde, das könnte echt böse sein. Ja, dann sehen, also sie fangen ihn ja mit so einem, so einem Hundefang, so einer Stange mit einer Schlaufe dran, die legen sie ihm um den Hals, halten ihn dann fest und dann sehen wir von draußen, dass eine nackte Gestalt aus dem Krankenwagen ins Haus geführt wird, mit so einem Krankenleib an. Wir erkennen das Gesicht nicht. Ich dachte auch erst, das ist seine Freundin, also ich habe auch den Körperbau nicht erkannt und diese Figur wird dann zur Party gebracht und wir sehen, es ist Überraschung, es ist der Blanchett. Genau. Was wir aber auch noch erwähnen müssen, weil Theresa ist bei den Partygästen. Das ist auch noch wichtig, weil da halt eben auch enthüllt wird, dass Clarissa genau auch zu diesen Partygästen gehört und es wird ja dann auch so ein bisschen erklärt, was diese Partygäste sind. Sie sagen ja so viel, wir sind eine andere Spezies. Ich habe irgendwo noch mal, ich glaube, war das auch was mit dem Parasiten, der die vor Urzeiten zu anderen Menschen gemacht haben und also sie ernähren sich halt quasi von den, ja von den Reichen. Nee, nee, also ich glaube, so eindeutig macht der Film das gar nicht, außer ich habe da irgendwas nicht gehört. Sie sagen halt, sie sind eine besondere Society, nämlich, ne, und dass sie eben darauf anspielen, dass, wie du sagst, dass die Reichen die Armen brauchen, also nicht eat the rich, sondern eat the poor, sozusagen. Und dann sagt Billy sowas wie, ja? Das finde ich ja das Interessante an dem Film, dieses eat the rich, was ja so eine Phrase, so ein Kampfruf war, quasi pervertiert und umgerät. Das finde ich eigentlich ganz amüsant. Ja, genau. Und da ist ja auch die Gesellschaftskritik, auf die wir sicher noch genauer eingehen. Und dann sagt ja Billy sowas wie, ihr seid Aliens. Und dann sagt der Psychiater, der ja auch da ist und das alles erklärt, nee, wir sind keine Aliens. Wir sind einfach nur eine Gruppe Menschen, die sich untereinander eben, die sich nicht, die sich nur untereinander vermehrt hat und unter ihresgleichen geblieben ist. Also ich habe gar nicht unbedingt das so verstanden, als wäre das irgendwas Abnormales. Also offensichtlich ist da was nicht normal. Sondern es sind eigentlich irgendwelche entartete, mutierte Menschen. Ja. Oder so. Ich habe irgendwas gelesen, oder gehört von wegen, dass da ein Parasiten mit in der Rolle spielt. Aber ich möchte das hier auch nicht unterschreiben. Man kann immer sagen, sie tun halt dann im Laufe des Films Sachen, die kein normaler Mensch tut. Selbst wenn dieser Mensch irgendwie jahrelang Inzest betrieben hat. So. Das kann man festhalten. Ich glaube, sie benutzen die Formulierung, the rich have always fed of the poor. Genau. Ja. Genau. Nur jetzt literally. Auch kleiner Funfact. Man sieht auch, dass da schon Häppchen gereicht werden, nämlich Schnecken. Die Schnecken haben wir ja vorher schon gesehen, als es um irgendwas mit Rosen ging, wo ich schon auch dachte, hä, sind das jetzt die Schnecken, sieht nur Billy die, oder sind das echte Schnecken? Aber es kann sich ja noch erklären, dass es eben um Rosen geht. Also, pass auf, wir haben ihn Billy jetzt, der da gefesselt in der Party ist. Wir haben gesagt, dass Clarissa mit Society gehört. Wir haben quasi auch verraten, dass seine Eltern und auch seine Schwester halt auch dazu gehört. Es wird auch revealed, dass er halt auf diesen einen Tag vorbereitet worden ist. Und dass halt eben dann jemand noch reingeführt wird, der unter so einem, nennt es mal Sack ist. Und dann kommt eben raus, es ist halt Blanchard. Der lebt halt immer noch. Quasi gibt es heute, zwei zu Preis von einem und der erste, der halt eben, und ich glaube, dass das Begriff Shunting oder Shunt wird schon ein paar Minuten vorher erwähnt und das kommt jetzt dazu. Es wird auch noch ganz klar gesagt, dass seine Paranoia alles stimmt. Du hast schon gesagt, er wurde darauf vorbereitet. Genau, aber das heißt wirklich, sie sagen ihm, du bist nicht unser Sohn, wir sind nicht deine Eltern. Quasi alle Ängste, die er während des Films hatte, die sind wahr und du wurdest eben von uns hier so gehalten als... Aber, liebe Schlocker, meine Frage, am Angenommen, du gehörst aus einer Spezies, die gerne Leute konsumiert. Gibt es nicht einfache Methoden, das zu erreichen, als einen Jungen wahrscheinlich irgendwie zu adoptieren, wenn er zwei, drei Jahre alt ist und dann irgendwie 15 Jahre zu beherbergt? Das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder? Ja, ich dachte auch, wir sehen ja jetzt den David Blanchard und den haben sie ja einfach schnell von draußen reingesnackt. Also, und da hätte ich dann... Das werden wir im Film nicht sehen, was dann der Unterschied gewesen wäre, ob du einfach dir einen Snack von der Straße holst oder ob du ihn eben 16 Jahre bei dir zu Hause ranzuchtest. Kann ich ja sagen, vielleicht wäre das ja irgendwie... Billy hat das Bio-Siegel. Ja, das wäre vielleicht irgendwie, wären die dann alle 20 Jahre jünger geworden oder so. Aber genau, was sollen wir denn jetzt dazu springen, was denn jetzt tatsächlich eigentlich... Naja, was heißt springen? Ich meine, es kommt ja jetzt, glaube ich, auch dazu, dass wir das erste Mal wirklich dieses Shunting sehen, was einfach, und ich glaube, da würdest du mir beipflichten, das ist, was man von diesem Film in Erinnerung behält. Oder? Ja. Ich meine, du hast ja netterweise wieder deine Sichtung, deine erste Sichtung aufgenommen und wir werden garantiert das einspielen, ich weiß noch nicht wann, aber du hast dieses schöne Wörtchen I häufiger gesagt. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, meine erste Reaktion war auch so, weil es hat was, es hat was Widerliches, es hat was Perverses, es hat so was Unbeschreibliches, weil wir haben in, okay, du jetzt vielleicht nicht, aber andere Leute, die Horrorfilme gesehen haben, also mehr als du, haben schon so oft gesehen, dass Leute geköpft werden, erstochen, verbrannt, ertrunken, erschlagen, erwirkt. Klar, zum Frühstück guckt ihr euch das alles an, ihr perversen Schweine. Aber ich finde, was du hier siehst, das ist schon was Besonderes. Liebe Schlogger, willst du unserer Wertenhörerschaft mal eben kurz beschreiben, was wir zu sehen bekommen? Also, unser Snob sagt, Billy, hier guck dir jetzt mal an, was wir jetzt, was gleich dem David Blanchett passiert, dann wirst du sehen, was dir gleich passiert. Das finde ich schon mal, egal was passiert, eine ekelhafte Szenative, eine ekelhafte Vorstellung, dass ich gleich zusehen muss, was mir gleich passiert. Und dann werden sie ihn ausziehen und sich auf ihn stürzen und plötzlich verschmelzen alle mit ihm. Also, wir sehen Gesichter, die an ihm dran kleben, mit ihm verschmelzen. Also, wir sehen eigentlich nicht richtig, da wird nicht wirklich reingebissen, sondern die konsumieren ihn wirklich mit ihren Körpern. Ja, das ist so. Also, ich muss auch sagen, bitte ergänze, weil ich habe natürlich teilweise dann weggeguckt und dann kommt dieser Obermotz, wie dieser Richterkater, der Chef dann ist und der darf sich dann das beste Stückchen raussuchen und der beugt sich dann über ihm und sagt sowas wie, now we get to the bottoms of things oder now we get to the bottom, holt seinen Arm raus, rammt ihn, Blanchard unten rein und dann sehen wir nur, wie aus dem Mund von Blanchard Finger rauskommen und da habe ich weggeguckt. Kannst du bitte jetzt ergänzen? Er zieht halt das Gesicht so in den Körper rein und zuvor, das sollte doch gesagt sein, du hast ja schon bei der Bärdungssequenz dieses Muttermal erwähnt und der Kater spielt damit so ein bisschen rum und findet das ganz, ganz toll und wir sehen ihn dann später nach dem Shunting auch nochmal, dass er wieder in seiner normalen Menschen gestaltet, aber diesmal hat er dieses Muttermal halt auf dem Gesicht. Es ist halt so widerlich, man sieht halt schon, das ist nicht echt, aber das ändert nichts daran, das ist einfach und das meine ich mit höchstem Respekt und höchster Hochachtung wirklich absurd widerlich ist. Es ist ekelhaft. Ja, es ist alles, es wird alles so rötlich wie das Intro, es ist alles schleimig, du kannst nicht genau erkennen, oh, da ist ein Arm, da klebt ein Gesicht an jemandem dran und es ist einfach so, als hätte sich jemand hingesetzt und so wie bei so Saw, den Sawfallen, sich überlegt, okay, was könnten wir jetzt an perversen Dingen, an verschmelzenden Dingen machen und das haben die dann da einfach gemacht und dieses Gesicht, wie das dann verzogen wird, ganz schrecklich und ich wusste die ganze Zeit, das ist ja nicht mal das, was Billy passiert, also ich, da habe die ganze Zeit gerechnet, okay, da muss ja noch mehr kommen, die müssen es ja noch irgendwie toppen, weil das ist ja nicht das Finale des Films und das war dann auch noch in meinem Hinterkopf die ganze Zeit. Ich finde halt, mich erinnert das immer so ein bisschen irgendwie so an so Szenen aus Naturdokumentationen, wenn du siehst, wie Schlangen ihre Beute irgendwie so verschlucken, ich finde das auch immer ganz, ah, weiß nicht, und auch so, also dieses, nicht gefressen, sie konsumieren ihn halt. Ja, aber sie konsumieren ihn nicht, sondern sie gehen, sie werden alle eine riesige, fleischige, wabbelige Masse und dann siehst du, dass da mal jemand ein Auge in der Hand hat und sich in den Mund steckt und dann kommt das Auge da bei jemandem raus, irgendjemand wirkt und ein Haarballen kommt hoch. Ja, er wird so quasi in dieser Masse halt aufgelöst so ein bisschen, so habe ich es halt verstanden und das ist eine ganz unangenehme Vorstellung, also ich möchte halt, also so ein bisschen wie, weiß ich, du wirst halt verschluckt und dann im Magen des Wales wirst du halt verdaut, so ähnlich wirkte das auf mich und mal was wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist ja, das ist auch alles, also alles schwitzen, überall ist so Schleim und der Regisseur hat erzählt, dass diese transparente Schleim, der über die Leute gelegt worden ist, der wird wohl, oder wurde zumindest früher, hauptsächlich verwendet für die Herstellung von Gelee-Donuts. Ja, ii, 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 oh nein, ichi, ii, 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 iii, ii, 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 imi, ii, ii, iiii, ii, 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 i Das war ja noch nicht mal das Finale, wahrscheinlich. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt noch passiert. Hast du Nob gesehen? Ja. Und Achtung, kleiner Spoiler für Nob, bei Nob gibt es ja auch diese Thematik des Verschlungenwerdens, des Gefressenwerdens. Und irgendwie hat es mich daran erinnert. Weil in Nob hast du ja auch so diese Szene, wenn du siehst, wie im Inneren des Aliens diese Menschen da irgendwie langsam verdaut werden, während sie schreien. Und was halt eben das perfide auch bei Society ist, du hast halt diese eine Person und es stürzen sich so gefühlt so zehn Leute auf den. Und das erinnert mich auch wiederum ein bisschen an so Zombiefilme, wenn so ein Typ und die Zombies so über ihn herrammen. Und ich habe ja, wie du ja auch, erst letztens Dawn of the Dead gesehen. Da gibt es ja auch so Momente, wo ein Mann von mehreren Zombies attackiert wird. Aber auch wenn jetzt Society nicht so blutig ist, aber ich finde das so viel widerlicher und so viel, oh, es schüttelt. Ich muss nur daran denken, es schüttelt mich mehr. Der Unterschied ist, genau bei den Zombies siehst du halt, die beißen rein, die beißen sich ein Stück ab, die holen meinetwegen auch Gedärme raus, das ist auch unangenehm. Aber hier hast du dieses, dass die Körper nicht mehr wie menschliche Körper aussehen. Erstmal das Gefühl, dass du dir vorstellst, du bist das Opfer und du wirst gerade verschmolzen. Und dann, dass du halt diese visuellen, ekelhaften, diese Verfremdungseffekte von Gesichtern und Körpern hast. Also du hast ja wirklich diese langgezogenen Gesichter oder auch dadurch, dass eben die Hand durch den Kopf kommt, das ist echt alles total unangenehm. Und danach kommt ja das, dass Billy das sieht und sich irgendwie versucht zu befreien und dann kommt ja diese kleine Szene im Schlafzimmer seiner Eltern. Ich möchte kurz eine Sache noch loswerden. Eine Sache, die mir wichtig ist. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich die Schauspiele nicht so gut finde. Ich muss aber dem Darsteller Tim Bartel, der diesen Blanchard spielt, im Hochacht noch aussprechen, weil der verkauft das auch echt gut. Also ich, das ist, der tat mir wirklich leid. Stimmt. Also ich hatte wirklich Mitleid mit dem und es hatte auch fast schon so ein bisschen was Sadistisches, dabei zuzugucken. Weil eigentlich da, ich hatte wirklich Momente, wo ich mir so gehofft hatte, bitte Kamera schwenk jetzt um, bitte schneid woanders hin. Aber sie, sie bleiben länger drauf. Und der Regisseur hat wohl mal gesagt, dass der Darsteller es so gut gemacht hat, dass selbst er als Regisseur gesagt hat, im Cut dann hinterher, also als er den geschütten hat, es ist too much. Es ist, weiß nicht too much, es wäre zu viel gewesen. Und deswegen wurde es wohl ein bisschen im Schnitt ein bisschen reduziert. Der muss wohl wirklich eine 1A Performance hinterlassen haben. Und für mich die beste, in Anführungszeichen, darstellerische Leistung des ganzen Films, weil ich wirklich, der tat mir einfach unglaublich leid. Stimmt. Also hier, ich hab's hier den Namen, also Kudos an Tim Bartel oder Bartel. Das fand ich auch. Ich fand, der wirkte in der Szene recht authentisch, weil er halt so normal wirkte, im Kontrast zu den völlig überzogen spielenden High-Society-Mitgliedern. Ja. Und man muss auch sagen, das ist auch mal gesagt, dieser Judge Carter, dieser, ich nenne es mal, dieser oberböse Wicht, wenn man so will, der mit der Mutter mal, der macht das aber auch gut. Also der ist auch richtig widerlich, weil es ist ja nicht so, dass er einfach sagt, okay, und jetzt, wie du gesagt hast, jetzt we're getting to the bottom, sondern der genießt das ja auch richtig. Der ist ja auch so ein richtiger Sadist und auch für die Kamera, die das inszeniert, wie die Faust formt. Also er formt die Faust und dann guckt er aber, dass der Daumen noch so ein bisschen rauskommt. Das habe ich, glaube ich, alles gar nicht gesehen. Du musst auch sagen, das reinstecken, das siehst du auch nicht. Also du siehst halt, aber du kannst es dir halt denken. Nein, wie bei so einer Geburt, du siehst es halt von oben und dann ist dann halt so ein, da ist was über den Beinen verdeckt. Ja. Genau, aber das reicht ja auch, das reicht vollkommen. Und hier diese, now we get to the bottom of this und auch später sagt ja der Psychiater, do you need a hand und verwandelt sein Gesicht in eine riesige Hand. Und da ist ja dieser, mit diesen ganzen Wortspielen, der Film soll schon eine Satire sein, oder? Weil da nimmt er sich ja wirklich kein bisschen mehr ernst in den Momenten. Also ja, es kommt ja jetzt auch gleich diese Momente, wo du auch gerade eben darauf hinaus wolltest, bis ich dich dann sehr unkollegial abgebrochen habe, wo ich auch sage, das ist halt für mich ganz klar komödiantisch gemeint. Ich sage nur Arschgesicht. Aber es hat auch trotzdem was Befremdliches, was Absurdes, was Irritierendes, weil sie kann sich ja befreien, auch mit der Hilfe von Clarissa. Und von Milo, oder? Genau, Milo hat sich als Polizist getarnt reingeschlichen, wo ich dann auch sagen muss, okay, also eure Sicherheitsvorkehrungen sind jetzt nicht so 1A, dass ihr so lange anscheinend unbehältlich agieren konntet, aber gut, sei es drum. Bill flüchtet halt, gejagt von seinem, was heißt gejagt, aber sein Therapeut, Dr. Cleveland ist halt da, der hat auch diese komische, diese Stange mit der Schlinge, womit er halt gefangen geworden ist. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Und dann geht er halt in das Schlafzimmer der Eltern und... Da liegt seine Schwester im Bett. Und sein Vater ist auch da und seine Mutter auch, aber sie sehen ein bisschen anders aus. Ja, Moment. Seine Mutter liegt im Bett und redet irgendwas mit ihm. Keine Ahnung, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was die geredet haben. Und ich habe den Film, keine Ahnung, vorgestern gesehen. Und dann steht die, dann siehst du, dass die Mutter kein, anstatt eines Unterkörpers sind, da männliche, haarige Arme. Dann wird sie aufstehen und läuft wie so, also sie hat dann tatsächlich, ihr Oberkörper ist die Mutter, der Unterkörper sind männliche, haarige Beine und aus ihrem Geschlechtsteil guckt dann der Kopf der Tochter raus. Und sie reden mit ihm, machen sich irgendwie über ihn lustig und dann sehen wir, wie du sagtest, den Vater und man muss dazu sagen, es gab ja vorher schon einen Dialog, wie Billy seine Eltern und seine Familie konfrontiert und dann zu seinem Vater halt sowas sagt wie, was sagt er, your butt face? Genau, butt face, ja. Genau, also ein Arschgesicht und dann sehen wir hier das Hinterteil eines Menschens, also ein Arsch, aus dem ein Kopf rausguckt und der Vater sagt dann, ja, hättest du nicht gedacht, ich bin wirklich ein Arschgesicht. Ja, man muss halt sagen, gerade diese Arschgesichtszene, dann siehst du halt schon, gerade wenn du es jetzt mit der heutigen HD-Technik anguckst, das sieht halt nicht echt aus, aber es ist trotzdem beeindruckend. Das ist so ein bisschen wie bei The Thing, die wir ja bei Folge 1 besprochen haben, das ist unglaublich, also das, vor allem, weil es zumindest bei mir immer noch was auslöst, weil es halt so einen Ekel hat, auf der anderen Seite fasziniert es mich und ich finde es auch irgendwie amüsant, weil du musst erst mal die Eier haben, einfach sagen, was, was, Arschgesicht, finde ich gut, das machen wir jetzt wortwörtlich. Ja, das stimmt schon, aber die Szene, das war durch den Spruch, ich musste da so lachen, dass ich mich gar nicht richtig in den Ekel reinversetzen, also mir wirklich vorzustellen, dass da jemand ein Gesicht in seinem Arf da hat. Also jetzt, wenn ich jetzt an Human Centipede denke oder so, da fühle ich ja direkt, wenn ich mir vorstelle, dass mein Mund an einem Arsch dran ist, das finde ich jetzt, wenn ich jetzt schon drüber rede, finde ich es ultra ekelhaft, aber diese Szene mit dem Arschgesicht, die kann ich ja null ernst nehmen. Also die war ja wirklich nur albern, also ich fand die sehr lustig. Ich finde die auch total albern und lustig, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass sich das mit Blanchett noch so ein bisschen nachgewirkt hat. Also ich finde auch, dass die Szene gut kommt nach der Blanchett Szene, weil sie danach so ein bisschen in Anführungszeichen Heiterkeit reinbringt, ohne aber die Thematik zu verwässern. Also es ist halt so, also der doch, nach diesem ganzen Sadismus, nach diesem ganzen Schrecken, kriegst du halt so eine Verschnaufpause, ist es jetzt nicht unbedingt, aber du siehst auch mal, dass da einfach ein bisschen was Amüsantes halt drin ist. Es war halt eben zum einen mit dem Arschgesicht und ich finde es auch ganz ulkig, wenn die Schwester dann aus dem Genitalbereich so rauskommt, so hallo. Hallo, willst du mich? Ja, komm her. Ach genau, okay. Bei dem Geräusch fällt mir auch noch was ein, was gleich noch kommt, wo ich auch lachen musste. Ich werde heute noch wilde Sex sollen haben. Oh Gott, oh, das ist ja so ekelhaft. Ich kann gar nicht, ich guck nicht mehr hin. Na, guck, guck, guck. Das ist das, was du willst. Ich guck, 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 guck. Juhu. Man muss auch noch mal ganz Kudos sagen an den Werten-Effekt-Künstler Screaming Matt George. Das ist ein japanischer Künstler, der sich wohl auch ein bisschen inspiriert hat lassen von Gemälden von Salvador Dali. Und wenn wir dann halt so später diese Shunting-Prozesse und alle wirklich sehen, wie du es schon beschrieben hast, da ist der eine ein Auge und es kommt woanders raus. Das hat schon so was von diesen fließenden Formen von so einem Salvador Dali. Ich meine, ich bin kein Dali-Expert, ich kenne den andanusischen Hund und dieses eine Bild, was jeder kennt mit den fließenden, das war meine Bürste, von den fließenden Uhren, ne, kennt man. Aber ich finde, man kennt das, wenn man es weiß. Und Screaming Matt George hat auch Effekte gemacht für Nightmare 3 und 4. Die sind auch sehr, sehr gut. Er hat leider, glaube ich, bestimmt seit fast 20 Jahren nix mehr gemacht. Aber ein sehr, sehr interessanter Mensch. Ich habe mich wirklich ein bisschen durchgelesen und auch ein paar Interviews mit ihm mir angesehen und durchgelesen. Also der ist jetzt nicht so groß und bekannt wie ein Tom Savini oder ein Stan Winston oder ein Rick Baker. Aber Kudos, weil ich glaube auch nicht, dass der für diesen Film unglaublich viel Budget gehabt hat. Und das sah schon gut aus. Es ist jetzt keine Qualität wie bei The Thing, aber trotz allem, wenn es einen Grund geben sollte, Society zu gucken, sind es für mich die Effekte. Ja, und auch wie du sagst, oder wie wir gesagt haben, das Licht ist ja auch ganz roh, das ist alles schleimig. Also die benutzen ja auch viele visuelle Tricks, damit man über bestimmte Sachen hinweg tricksen kann. Jetzt bei Dawn of the Dead zum Beispiel, da sieht man ja, dass manches eben anders aussieht, weil es mit dem Licht nicht so geklappt hat oder nicht so geil aussieht. Und hier haben die eben ganz viel rausgeholt, um selbst aus vielleicht einem kleinen Budget oder vielleicht nicht wahnsinnig echt aussehendem Material es halt doch irgendwie krass wirken zu lassen. Also es ist schon sehr beeindruckend, was wir da sehen. Wir sehen auch, also die Mutter, die dann mal aufsteht, da sieht man schon, da wurde irgendwie mit Foto getrickst oder so. Es wirkt teilweise ein bisschen komisch, aber eben auch sehr verstörend, so ein Frauenkörper auf so Männerarmen drauf. Und das sind jetzt nicht die geilsten Effekte, aber sie wirken eben. Und das ist doch, ist das nicht das Coolste, wenn sie wirken? Ich bin mir sehr sicher, dass wenn wir beide uns bei, was ich schocker mit Schlocker Folge 348 unterhalten werden, dass wir dann zum ersten Mal sagen werden, ja, die Effekte waren gut, aber weißt du noch, damals bei Society, die waren besser. Ja, das wäre schön, genau. Oder immer an The Thing, ich werde immer an The Thing denken. Ja gut, The Thing ist, gut, das ist nochmal eine andere Klasse, ja. Ich würde mal sagen, verlassen wir das Arschgesicht und kommen mal so langsam zum Finale. Und zwar gibt es ja noch diesen Bulli da, wie hieß er nochmal? Ferguson. Das Snop habe ich ihn genannt. Ferguson. Und der konfrontiert ja Billy, also Billy rennt halt wieder aus dem Zimmer raus und da wird er halt von seinem Therapeuten, ist es glaube ich, gecatcht, der übrigens, das wir gar nicht erwähnt haben, so ein ganz komisches Gesicht jetzt hat. Der hat so Einrisse so an den Lippen. Ja, so ein Joker-Gesicht. Genau, genau, genau. Also bevor Joker genäht wurde, you wonder how I got these scars. Das sah komisch aus, also das hätte man weglassen, weil ich habe nicht gecheckt, warum er das hat, wahrscheinlich, weil er dann besser essen kann, aber es sah irgendwie, das sah sehr billig aus und ich habe den Effekt nicht ganz, der kam bei mir nicht an. Aber egal, war nicht so wichtig. Aber jetzt bekommst du das, was, seien wir ehrlich, das mag die Schlogger, nämlich Männer, die sich prügeln. Und zwar, Ja, bitte. Ferguson und Billy kommen gerade neinander und eigentlich wollen sie halt Billy konsumieren und er kann es aber so abwandeln, dass es halt so eine Art Zweikampf kommt zwischen ihm und Ferguson und Ferguson ist ihm körperlich ganz klar überlegen, ist einfach so ein Sportlertyp und er, ja, haut ihm auch ordentlich das Fressbrett rund, mal so auszudrücken. Das Fressbrett rund. Ja, ich bin der Poet. Ja, aber, weil Billy ja unser Held ist und wir brauchen ja zumindest eine gewisse Art von Happy End, schafft er es zu gewinnen. Und zwar gibt es einen Kuss zwischen beiden. Ferguson versucht, also so habe ich es verstanden, korrigiere mich gerne gleich, wenn ich falsch liege. Es gibt ein, ich habe es so verstanden, Ferguson glaubt, er hat gewonnen und küsst ihn dann, auch um ein bisschen über ihn zu triumphieren und sich über ihn lustig zu machen. Und um ihn schon so zu konsumieren. Genau. Also er wollte ihn dann direkt schon aufnehmen. Genau. Und während er ihn oben küsst, auf den Mund, versucht er ihn unten mit der Hand, aber Billy ist wachsam und kann seine Hand, also Ferguson Hand, abwehren. Warum auch immer ist diese Hand plötzlich wie Gummi und er kann sie umdrehen und dann rammt Billy ihm halt eben seine Faust in den Körper. Den Rest hast du jetzt erklärt. Ja, und dann passiert eigentlich das Gleiche, was vorher mit Blanchard passiert ist. Also er schafft es, genau wie du sagst, er schafft es von Ferguson die Hand so gummiartig umzubiegen. War ein bisschen lustig. Und geht dann eben ins Gesicht von Ferguson rein und zieht sein Gesicht dann auch so, nee, er zieht ihn dann richtig unten raus, sodass er quasi einmal umgedreht wird. Und was vorher noch passiert, während er das macht, wird das Gesicht von Ferguson natürlich weggehen von, also er küsst ihn dann nicht mehr, aber sein Gesicht ist schon so lang gezogen, sieht aus wie ein Schnabel und dann, er hat ja einen offenen Mund, weil er ihn gerade schon genau Zungen küssen wollte und dann kommt nur dieses Soundgeräusch. Und das war so, so albern, dass ich den Rest, also ich musste dann auch wieder so lachen, weil das sah auch so bescheuert aus, sein Gesicht und dann dieses dazu. Oh Gott. Ja, und dann stülpt er ihn eben einmal rum und dann geht er. Man sieht ja dann auch das Ergebnis, also man sieht wirklich, wie er dann, wie das Innere dann außen ist und das ist mir, jetzt wirklich das erste Mal aufgefallen, dann siehst du auch, dass im Inneren überall so Würmer sind, so Schnecken, Würmer, Magen. Ja, oder irgendwas Ekliges. Genau, und da habe ich natürlich gelesen, dass der Screaming Matt George, also der Effektkünstler, gesagt hat, das ist das, was er persönlich auch widerlich findet. Deswegen hat er das da reingemacht. Genau. Das ist das, supergut. Guck dir an. Das ist so geil. Das finden die jetzt alle schlimm? Nach dem, was gerade passiert ist? Das hat er einen von ihren getroffen. Jetzt kommt er zu der Punkt, wo ich sage, ja, es ist, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wissen dann einfach, das war das Highlight. Und jetzt müssen wir es schnell zu Ende bringen. Und was passiert? Wir haben ja schon gesagt, Milo hat sich reingeschlichen und Clarissa, die aber auch zu der Society gehört, aber in einem Flash of Genius gemerkt hat, ich liebe den Typen aber eigentlich. Ja, ich liebe dich. Genau. Helfen ihm, hauen ab, fahren mit dem Jeep raus und der Film endet, dass sie einfach die Stadt verlassen. Und das, das passiert halt wirklich alles innerhalb, also von dem Moment, wo ihn von, 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 das Äußere nach innen zieht, nee, andersrum, das Innere nach außen zieht, bis zum Finale, also bis zur letzten Szene, da vergehen drei Minuten. Das geht total schnell. Es wirkte auf mich irgendwie unbefriedigend. Wie war es bei dir? Ja, also ich saß auch, hä, das ist das Ende vom Film? Ja, zeig's nochmal. Okay, das ist das Ende. Das ist das Ende. Das ist spitzenmäßig. Mann, als man noch Filmkunst konnte. Guck mal, Bill heißt wirklich Bill. Auf der einen Seite ist es schon, macht's ja irgendwie Sinn, weil was sollen die machen, ne? Es sind einfach drei gegen 50 oder so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film ansprechend endet. Ich meine, er hat ganz klar seinen Hero-Höhepunkt erreicht, aber ich dachte mir, irgendwas fehlt mir da noch, so ein bisschen. Ja, aber, also erstmal ist mir jetzt, wenn wir drüber reden, aufgefallen, und die Eltern und die Schwester, die bleiben einfach für immer jetzt im Schlafzimmer, die tauchen auch gar nicht auf, also da gibt's auch überhaupt keine, wie nennt sich das, keine Auflösung in deren Verhalten, aber ich musste so ein bisschen an Sleepaway Camp denken. Der hört ja auch so plötzlich auf, also hört auch mit dem Höhepunkt auf, kurz nach dem Höhepunkt. Da war ich auch total überrascht, dass der jetzt plötzlich schon vorbei ist. Ja, aber du hast ja zumindest auch den großen Reveal ganz beschlossen, ne? Ich meine, den Reveal hatten wir hier schon vor 20, 15 Minuten, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, das, es ist, es wirkt unelegant, nenne ich's mal. Ja, das passt ja, das hast du ja schon vorher gesagt, das passt wirklich zu dem Film. Der ist, er weiß, was er zeigen möchte und pappt dann noch eine Story außen dran, die teilweise eben unelegant erzählt ist. Ja, liebe Schlogger, jetzt sind wir ja quasi durch mit dem Film, aber wir müssen unbedingt noch über die Sozialkritik oder die Gesellschaftskritik reden von Society und ich glaube, du hast da Redebedarf, oder? Erzähl mal, was möchtest du loswerden? Ja, also du wolltest es doch auf jeden Fall, dass wir, wir haben ja, ich hatte den Punkt mit Satire und wir haben ja so ein bisschen Gesellschaftskritik, deswegen war meine Frage ja an dich, wie du diese Gesellschaftskritik da aufgefasst hast. Ach so, ja. Was will uns dieser Film sagen? Ja, dass die Reichen die Arme ausbeuten, Punkt. Okay, cool. Also, ich finde, das ist jetzt relativ klar gesagt aus meiner Warte aus und es ist okay. Ich finde es auch okay, dass der Film was so macht. Ich meine, der macht ja auch keine falschen Versprechungen. Das ist ja auch kein Film, der dir irgendwie sagt, ich bin total tiefsinnig. der ist halt einfach mit der Faust um den Tisch gehauen. Fertig. Ja, das war ja auch die Prämisse, du suchst ja immer ein Oberthema aus und das Oberthema war ja, Filme, deren Titel hält, was er verspricht. Und der hier wurde ausgesucht, weil es geht um eine Gesellschaft, eine Society. Wir merken, dass die Filmauswahl letztlich von den drei Filmen, die wir hatten, wir hatten ja das Hexos Chainsaw Remake, Sequel, nee, das Sequel von TCR und von Netflix, wir hatten Pieces, diesen spanischen Splatter Slasher und eben Society und diese drei Filme habe nicht ich ausgewählt, sondern die KI. Tatsächlich, ich habe die KI genutzt. Gut, aber die KI hat dir ja keine Knarre an den Kopf gehalten und hat gesagt, die musst du jetzt nehmen. Wenn du wüsstest. Und jetzt Reklame. Hallo, ich bin's du und möchte Sie für ein brandneues Produkt aus unserer Schlogger-Kollektion begeistern. Wir sind stolz, Ihnen etwas ganz Besonderes vorstellen zu dürfen, die Schlogger-Experience. Sie mögen Schlogger, Sie mögen vor allem die Podcasts der Comic-Künstlerin, dann werden Sie von der Schlogger-Experience begeistert sein. Sie verbindet das Beste von Schlogger ohne nervige Zusätze wie einen Kontext oder mich. Sichern Sie sich jetzt exklusiv Ihre Schlogger-Experience und holen Sie sich die folgenden Schlogger-Highlights direkt nach Hause. Highlights wie oder und natürlich gibt es das Ganze auch im Remix. Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und bestellen Sie jetzt die Schlogger-Experience. Reklame Ende. Aber zu der Gesellschaftskritik, ich habe da schwangen, weil du auch vorhin von Nope es hattest. Ich hatte manchmal so ganz leichte Get-Out-Flashbacks, weil es so, du hast so eine Gesellschaft, die sich aus welchen Gründen auch immer über eine andere erhebt und irgendwie zu ihren Unterhalt, zu ihrer Unterhaltung so ausnutzt. Siehst du das auch, die Ähnlichkeiten da? Ja, schon. Nur halt eben, der große Unterschied ist halt bei Nope, da ist halt der Protagonist, der kommt halt von außen rein. Und der Protagonist in Society ist ja so... Bei Get-Out, meinst du? Genau, bei Get-Out. Das ist halt dieser, der von Daniel Kaluuya gespielte Typ da, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, die Figur. Der ist ja nicht da beheimatet, der kommt ja als Gast da rein, als Externer. Und bei Society ist ja so, dass der Bill ja von Anfang an eigentlich ein Interner ist, weil er ja in Anführungszeichen adoptiert worden ist. Und da ist halt Get-Out einfach in der Hinsicht besser, weil du halt eben mit Daniel Kaluyas Figur besser mitfiebern kannst, weil du halt weißt, der ist da irgendwie fremd und irgendwas ist komisch und das macht mehr Sinn. Und bei Society frage ich mich halt, okay, aber du bist halt... Warum macht ihr das? Warum macht ihr das so kompliziert? Ja, das ist doch die ganze Frage. Warum schickt ihr ihn zum Krankenhaus? Warum macht ihr es so kompliziert? Und wenn ihr es schon so kompliziert macht, dann... Also für uns als Zuschauer macht es überhaupt keinen Unterschied, ob Billy jetzt von außen reinkommt oder schon seit 16 Jahren da lebt. Wir kriegen das nicht, wir sehen keinen emotionalen Unterschied dazu, weil wir eben nie sehen, wie die Familie zusammen im Alltag ist, wie er, keine Ahnung, dass wir vielleicht sehen sehen, wie er ein Kind war oder Baby war oder ein heranwachsendes Kind, wie sein Alltag da einfach ist. Wir werden ja von Anfang an reingeschmissen und er sagt, er fühlt sich wie ein Außenseiter. Und das hat uns ja am Anfang schon direkt kritisiert und deswegen ist der, dieser Twist von, okay, meine Familie hat mich nur gezüchtet, um mich aufzufressen, der funktioniert halt eigentlich gar nicht. Also da ist kein Wumms dahinter. Das gezüchtet gefällt mir ganz gut, aber was interessant wäre, wenn sie jetzt auch so eine Szene integriert hätten, wo er rausfindet, dass er wirklich eine Züchtung wäre. Das wäre wiederum, das würde es interessanter machen. Oh ja, ja, stimmt. Aber es geht ja niemals darauf hin. Es wird immer gesagt, er ist adoptiert. Da ist natürlich die Frage, was mit seinen echten Eltern? Wollen die Eltern vielleicht auch geschandelt oder so? Weißt du, das ist viel Potenzial. Ich glaube aber tatsächlich, also so kommt es mir vor, ich hatte für keine Beweise, aber von meinem Gefühl, dass die Macher schon, dass denen schon diese Sozialkritik wichtig war, diese Gesellschaftskritik, aber auch sehr wichtig war, Leute, wir haben ja richtig keine praktischen Effekte, die wollen wir gerne einsetzen. Und das ist so der Hauptgrund, warum es, die Geschichte ist egal letztlich. Nicht egal, aber sie müssen halt irgendwie zu dieser Szene kommen, wo sie das Shunting zeigen können. Und man merkt vielleicht auch, dass der Brian Yusner hier zum allerersten Mal Regie geführt hat. Es ist, habe ich schon gesagt, dass der Film nicht elegant ist? Hilf mir. Ja. Du hast es vielleicht schon erwähnt. Ja, okay. Ja, dieses Shunting, ich wusste ja gar nicht, was das heißt. Die Sange dauernd wie sowas, wir sind Master of the Hunt and Master of the Shunt oder so. Shunt hatte ich noch nie gehört. Master of the Hunt finde ich aber sehr gut. Entschuldigung. Und das Shunting heißt ja eigentlich nur verschieben, rangieren. So ungefähr. Ja, das wollte ich noch kurz, falls ihr auch nicht wisst, was das eigentlich bedeutet. Und über was wir noch nicht gesprochen haben, ich weiß nicht, wie relevant es ist, aber ich glaube, das ist was, was man an dem Film kritisieren kann oder worüber man kritisch sprechen kann. Die Mutter von Clarissa. Weißt du noch? Ja, das ist diese etwas fülligere Dame, die sehr seltsam agiert und irgendwie Haare in der Hand hat. Genau, das ist irgendwie eine Figur, über die auch Clarissa nicht spricht, weil sie ja unangenehm ist, die aber mehrmals auftaucht. Die ist sehr groß und bleibt und irgendwie auch geistig, was ist da der korrekte Ausdruck, die ist nicht, hilf mir, die ist nicht ganz auf geistiger Höhe. Ja, sie ist katatonisch vielleicht, kann man es so ausdrücken? Nee, katatonisch ist, da machst du ja gar nichts. Also da sitzt du ja wirklich nur irgendwo. Ich dachte halt irgendwie, ist es vielleicht eine Frau, die irgendwie weiß, was vor sich geht, aber dadurch irgendwie so geschockt ist, dass sie nicht mehr kann und wenn das aber so wäre, warum wird man nicht los, wie ganz viele andere Leute? Nee, ich glaube, die soll einfach, die soll irgendwie so, das soll irgendwie witzig sein, dachte ich. Und das kann man ja durchaus kritisieren, dass man sich darüber lustig macht. Sie ist halt irgendwie, sie taucht dann immer mal wieder auf, dann findet, Billie ist halt, keine Ahnung, vielleicht auch schockiert von ihr. Sie hustet auch mal so einen Haarball aus. Sie ist total von Haaren fasziniert und Milo nimmt sie ja dann mit auf die Party und nutzt sie so als Waffe gegen den Polizisten, dem er dann die Uniform auszieht und sagt, guck mal, Clarissas Mutter, der Typ hat Haare. Und irgendwie, also ich fand, dass Milo mit der Mutter ganz nett umgeht eigentlich. Also der geht ja ganz normal mit ihr und macht sich nicht über sie lustig. Aber dass diese Figur da auftaucht, das fand ich auch ganz seltsam. Ich wusste nicht ganz genau, was der Film mir sagen sollte, wie ich diese Figur jetzt aufnehmen soll. Soll die ein komischer Comic-Relief sein? Oder soll die irgendwas andeuten, wie du es jetzt gerade so ein bisschen vermutest? Also diese Figur hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich muss eigentlich einfach sagen, hättest du die jetzt nicht zum hereingeführten Gespräch, wäre ich auf die gar nicht eingegangen, weil ich sie komplett vergessen habe. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was manche Leute vor allem heutzutage eben sagen, warum der Film vielleicht nicht gut gealtert ist. Ja, das kann durchaus sein. Das, ja, ich weiß gar nicht, was diese Frau da soll, weil, wenn sie ja die Mutter ist, dann habe ich es so verstanden, muss sie ja auch vom Shunting wissen. Weil es ist ja eine Spezies, die sich wahrscheinlich auch nur inzestuös irgendwie fortfliegt. Pflanze oder so. So habe ich es zumindest aufgefasst. Ist das vielleicht so, ist Clarissas Mutter vielleicht so ein bisschen when shunting goes wrong? Ich weiß es nicht. Vielleicht einmal zu viele geschantet oder so. wir sind so eine höhere Klasse und pflanzen uns nur unter uns selbst vor. Warum ist sie dann, die ja offensichtlich nicht so ist wie die anderen, warum ist sie dann da? Genau, also die hat mich irritiert. Vor allem, weil Clarissa ja auch dann sich gegen die Society wendet, was, weil, seien wir ehrlich, auch sehr plötzlich kommt. Es ist ja wirklich so, hi, ich bin Clarissa, vorhin hin so, ich liebe dich, jetzt rette ich dich und das hat irgendwie. Ja, und die geht auch scheiß mit ihrer Mutter um. Also jetzt nicht so, dass sie aus irgendeinem Zugehörigkeits- oder Schutzgefühl ihrer Mutter gegenüber sich dann gegen die Society wendet. Nö. Ja. schon, es ist ein kurioser Film, das muss man sagen. Was ich auch ganz interessant finde, das hat der Houston auch erzählt, eigentlich das ursprüngliche Drehbuch war wohl wirklich mehr wie so ein Slasher. Und daraus entwickelt sich dann nach und nach halt eben dann dieser sozialkritische oder gesellschaftskritische Film. und ich bin irgendwie dankbar, dass es diesen Film gibt, denn der ist, ich würde ihn unter mittelmäßig einordnen, in Gänze betrachtet. Aber er hat halt einfach echt Momente, wo ich mir sage, okay, wow, das habe ich noch nicht gesehen. Und ich glaube, sowas werde ich auch so schnell nicht mehr sehen. Und gerade dadurch, dass der so imperfekt ist, dass der so viele Hürden hat, so viele Stolpersteinchen, so viele Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen, wirkt der aber auch sehr genuin, sehr eigen. Und deswegen bin ich, ich sage es wie es ist, ich bin dankbar, dass dieser Film existiert. Ja, also genau, wie du gesagt hast, der Film, vor allem das Vorspiel, wie wir es jetzt genannt haben, das ist, wie du sagst, unelegant, das sind nicht die besten Schauspieler, komisch erzählt teilweise, wir werden einfach in Situationen reingeschmissen, die nicht cool dargestellt sind oder aufgelöst werden. Aber was der Film dann am Ende daraus macht, vor allem mit diesem, du nennst du das Shunting, das hat, ich fand das, auch wenn ich es eklig fand und weggeguckt habe, ich fand das kreativ. Also das hat, war schön, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, diesen Film zu machen. Also es hat Spaß gemacht, das zu sehen, dass es diesen Film dann auf diese Art gibt. Ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Gar nichts mehr. Hast du wenigstens deine Bürste noch, du? Ja, die habe ich jetzt, die habe ich jetzt nochmal ein bisschen mehr auf Seite gelegt. Aber ihr habt das im Podcast gehört, es stimmt wirklich, ich habe hier am Schreibtisch meine Bürste. Und wie du ein geheimnis weniger einmal im Leben. Wenn es dir schlecht geht, wird einmal gebürstet. Genau. Schon wieder was Sexuelles, hier im Podcast, hier bei Schocker mit Schlöcker. Hier bei uns gibt es was Sexuelles, bei Society. Wer hätte es gedacht? Okay, wenn du nichts mehr hast zu Society, können wir gerne übergehen zur Prozedere des nächsten Films. Uh, Gott, ich vergesse es immer und das freue ich mich immer. Stimmt, ja. Also, ihr Lieben, nächste Ausgabe wird eine besondere Ausgabe aus zwei Gründen. Der erste Grund, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wir nehmen diese Ausgabe Schocker mit Schlöcker relativ früh auf, weil die werte Frau Schlöcker sich gedacht hat, ey, Hitcher, der Highway Killer, fand ich so geil. Ich möchte mal wissen, wie es ist, auf so amerikanischen Highways zu wandeln und du fährst bald in den Urlaub in die United States, oder? Ja, und auch, weil ich dachte, Hills have ice in Nevada, in der Wüste, geil, habe ich richtig Bock drauf. Da muss ich auch unbedingt hin und wenn ihr diesen Podcast hört, am 13. August werde ich mich in der Wüste von Nevada hoffentlich noch in einem ganzen Körper gesund befindend befinden. An euch da draußen habe ich deswegen einen Aufruf. Seid ihr Horrorfilme interessiert? Wenn ja, willkommen. Da meine liebte Podcast-Kollegin Schlöcker leider spurlos verschwunden ist, irgendwo in den United States auf der Route 666 suche ich einen neuen Podcast-Partner, Partnerin. Nein, Quatsch. Während ihr das hier hört, bin ich schon tot. Genau. Ich bin sehr gespannt und unsere Hörerschaft vermutlich auch, weil du dann in der nächsten Ausgabe ein bisschen dann erzählen kannst, wie es so ist auf der Route 666 und da freue ich mich sehr drauf und auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt drauf, denn unser nächster Podcast, der ja am 13. September erstartet oder rauskommt, ist ein besonderer 13. September, ist nämlich ein Freitag der 13. und wir haben, als wir dieses Podcast-Projekt gestartet haben, intern gesagt, lass uns es so machen, jedes Mal, wenn unser Podcast-Projekt über den Freitag der 13. fällt, besprechen wir einen Film aus der Reihe Halte dich fest, Schlöcker, das würde dich überraschen, Freitag der 13. Jetzt ist es aber so, wir beim Podcast Schocker mit Schlöcker wollen ja immer über Erstsichtungen für Schlöcker reden. Jetzt hat die Werte Schlöcker, das kleine Schlitzohr, aber den ersten Freitag der 13. Teil schon gesehen. Doof. Ja, und zwar, es ist noch nicht mal ein Jahr her, muss ich sagen, also ein bisschen unglücklich. Aber ich dachte mir, hey, liebe Freitag der 13. Filme, seid mir nicht böse, aber ich finde, dass diese Reihe nicht verkehrt ist, Gott bewahre, aber ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man Teil 1 sieht und dann Teil 5 und dann Teil 6 und dann Teil 4. Das ist nicht so wild. Deswegen werden wir euch jetzt auch wieder drei Filme zur Auswahl stellen, drei Filme aus der Reihe Freitag der 13. ich habe drei Filme ausgewählt, wo ich sage, die haben einfach für sich einen gewissen Stellenwert, die haben eine Besonderheit innerhalb ihrer Reihe und um das auch klar zu sagen, wir werden glaube ich im Frühjahr nächsten Jahres wieder einen Freitag der 13. haben, deswegen, da werden wir auch wieder einen Film der Reihe besprechen. So, jetzt aber, werdet Schlöcker, das sind die drei Filme, die zur Auswahl stehen. Wir hätten einmal Freitag der 13. Teil 6, Jason lebt von 1986. Wie viele Teile hat denn diese Reihe? Der nächste Teil, Freitag der 13. Teil 195. Dann haben wir aus dem Jahr 2001 Jason X, Quizfrage, lieber Schlöcker, lieber Schlöcker, liebe Schlöcker, was glaubst du, Jason X, der wievielte Teil der Reihe ist das? Der zehnte. Richtig. Und dann kam acht Jahre später, 2009, kam Freitag der 13. das Remake. Das sind die drei Teile, die bis zur Auswahl stellen. Teil 6, Teil 10 und das Remake. Ja, brauchst du dich. Krass, wie viele, wie viele Teile gibt es aus dieser Reihe? Ich bin, es gibt, es gibt zehn aus der Grundreihe, es gibt das Crossover, Crazy vs. Jason und es gibt das Remake. Es sind insgesamt also zwölf, keine 13. Crazy. Es gibt eine Fernsehserie auch noch. Das ist ja abgefahren. Auch noch. Ja, das ist ja auch, weil die Horrorfans, die kriegen einfach nicht genug davon und wollen dann immer mehr haben von. Ich weiß tatsächlich schon, dass der Typ Jason heißt. Ich habe ihn aber noch nie gesehen, weil ich ja nur den ersten gesehen habe und da kommt Jason ja eigentlich, ist er da. In der Traumsequenz am Ende. Genau, in der Traumsequenz, Fragezeichen oder nicht. Also eigentlich ergibt es überhaupt keinen Sinn von vorne bis hinten, dass Jason der Killer sein kann. Ich bin sehr gespannt, wie der Film, wie die Reihe, wie Teil 6 oder Teil 10 oder das Remake mir das erklären möchte. Ja, ich sage so viel, ich mag die alle drei. Ist Jason der mit der Hockeymaske? Ah ne, sag mir nichts, sag mir nichts. Es wird spannend. Liebe Leute, wenn ihr nicht geglaubt, wenn ihr wirklich nicht geglaubt habt, dass Schlager keine Ahnung von Horror hat, jetzt habt sie es bestätigt. Mal wieder. Ja, also es ist ja auch so, ich verwechsel andauernd, ich habe ja auch noch keinen Halloween-Teil gesehen, ich verwechsel also dauernd Mike Myers, Jason, Freddy, Leatherface, es könnten alles die gleiche Person für mich sein, weil ich keinen davon richtig gesehen habe. Nein, Mike Myers ist ein Komiker, der hat Außen Powers gemacht, den du meinst, ist Michael Myers. Ach, und da muss man jetzt einen Unterschied machen, wirklich. Liebe Leute, da hört ihr mal, womit ich mich jeden Monat abschlagen muss. Ach, es ist eine Diskussion unter den Horrorfilm-Fans, der heißt nicht Mike Myers, der heißt Michael Myers. Weißt du, was das Geile ist? Jedes Mal, wenn ich mit richtigen Horrorfans irgendwie kommuniziere, merke ich jedes Mal, ich bin kein Horrorfan. Wenn ich mit dir aber über Horrorfans kommuniziere, denke ich mir jedes Mal, ich bin der Gottverdannter Stephen King. So geht es mir, wenn ich mit Leuten über alles rede, weil ich von allem so eine Grundahnung habe und von nichts viel weiß. So auch hier bei Filmen. Wer ist eigentlich Jason? Ist es der mit der Horror, mit der Hockeymaske? Okay, offensichtlich nicht. Okay, also nochmal Zusammenfassung, es geht Freitag der 13. Teil 6, Teil 10 und das Remake. Und liebe Schlogger, wir werden, oder du wirst das dann im Laufe nach dem Release von diesem Podcast bei dir auf Social Media posten, nicht? Genau, also zwischen dem, ich mache es ja meistens so zehn Tage nach Veröffentlichung. Also irgendwann zwischen dem 13. und 23. mache ich eine Umfrage auf Instagram und du hast ja für dieses Mal auch auf unserem Discord-Sore vom Tele-Stammtisch eine Umfrage gemacht. Möchtest du das wieder machen? Das werde ich auf jeden Fall machen, auch wenn da jetzt die Resonanz noch nicht ganz so groß war, aber wir sind so ein kleiner Server noch. Ihr könnt das ändern. Stößt gerne dazu. Tele-Stammtisch.de slash Discord. Und da war es wirklich so, dass da die Leute wirklich sehr viel deutlicher für Texas Chainsaw Massacre 2022 gestimmt haben. Und wir haben die Stimmen dann zusammengerechnet. Also es ist nicht so, dass wir dann gesagt haben, okay, auf den haben wir keinen Bock, wir nehmen das bei Society, weil das gefällt uns besser. Sondern bei den Discord-Server haben, keine Ahnung, insgesamt 15, 18, 20 Leute abgestimmt. Und bei Instagram waren es halt über 200. Und dann haben wir die Zahlen halt zusammengerechnet und Society hat trotzdem noch haushoch gewonnen. Und Texas Chainsaw Massacre war trotzdem noch auf Platz 3 oder so, sogar noch hinter Pieces. Ja. Hat mich überrascht. Ich dachte wirklich, dass es der Film mehr genommen wird. Und wir hätten auch viel über den reden können, weil der auch ein paar Schauwerte hat. Aber ich bin ehrlich. Also ich sage nur so viel, mein lieber Mitgucker hat gesagt, wenn Texas Chainsaw Massacre gewinnt, den guckt er nicht noch mal mit mir an. So scheiße findet er den. Deswegen bin ich auch aus diesem Grund. Ja gut, aber dein Mitgucker ist jetzt in Sachen Qualitätsfilme jetzt auch nicht ganz vorne mit dabei, wenn man ehrlich ist. Juhu, okay, okay. Aber gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Eines Tages wird er hier mal zu Gast sein und dann werde ich ihm dann sagen, du bist doof, weil du hast keine Ahnung. Und dann wird er sagen, ja, du hast ja recht. Ich möchte dir lieber Stephen King. Gut, aber das wird eines Tages vielleicht passiert, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Ich werde jetzt hier Schluss machen, denn ich, kennst du das, wenn man die ganze Zeit geredet hat und der Mund fühlt sich schon so ein bisschen an, als würde deine Zunge gleich anfangen, deinen Gaumen zu schanten? Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich wirklich sehr auf die September-Ausgabe und mir wurde auch angetragen, nicht nur von Schlocker, sondern auch wirklich von anderen Leuten, die gesagt haben, Schlocker soll mal wieder ein paar Klassiker gucken, wie jetzt das Omen oder The Thing. Und ich verspreche euch, in der Oktober-Ausgabe werdet ihr einen Klassiker hören. Welcher das sein wird, dürft ihr entscheiden. Dazu dann in der September-Ausgabe mehr. Aber keine Angst, wir werden mal wieder auch einen Klassiker machen. Und ich glaube... Teil 13 ist doch auch ein Klassiker. Die erste Jahr, aber ich glaube bei Teil 10 ist dann irgendwann auch der Klassiker-Puls ausgesucht. Ja, den hast du ja jetzt ausgesucht. Du hättest doch einfach Teil 2, 3 und 4 nehmen können, aber nein, das musste ja hier Teil 600 und... Das macht dir auch Spaß, mir einfach in den Rücken zu fallen. Das ist die große Freude gerade für dich auch. Einfach mal den dummst du, da einfach mal schön das Messer in den Rücken rein. Du wolltest doch konstruktive Kritik haben. Hast du am Anfang des Podcasts gesagt. Aber nicht von dir, sondern von Leuten, die Ahnung haben. So. Booyah. Mein Herz brennt. Sehr schön. Gut, also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens dann im September. Hört gerne im Outro noch, wie ihr Schlogger sonst noch finden könnt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Das war meine große Freude. Auch an dich, liebe Schlogger. Das war mir immer eine große Freude und Ehre. Bleibt bitte ein Teil der Gesellschaft. Seid brav, seid nett zu anderen Leuten und chantet nicht fremd. Ich sage Tschüss, Schlogger. Das letzte Wort gebührt dir. Danke dir auch. Und an euch, dass ihr für diesen Film abgestimmt habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken, obwohl ich ihn eklig fand. Es eben war Society. Und dann mal gucken, wie es dann mit Jason, Fragezeichen, in der nächsten Ausgabe wird. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Tele-Stammtischs von und mit Johanna Schlogger-Baumann Baumann und Sebastian Stoogos. Mehr von Schlogger als Illustratoren und Autoren findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen TheSchlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu4U. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. So wie unter www.tele-stammtisch.de Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott, eure armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis. Eine Seine information auf den톡... ... Eine er людей sollte zum nächsten Mal. schande... ... ... ... Vielen Dank.